Das, was du zur Zeit immer mehr zu begreifen anfängst, was immer klarer wird, dieses Gefühl, ist nicht das Verstehen. Das ist zum Beispiel die Sache mit dem blinden Arschloch. Das erwähne ich jedes Mal und ich kann dir nur garantieren, vom ersten Mal hören, du brauchst mindestens 20 Jahre, bis das verstanden ist. Und das richtige Verstehen, wenn du den Bleinfeld-Vortrag nimmst, da mache ich doch die Sache mit der Bewusstseinskurve parallel laufen zur Bevölkerungsexplosion. Das ist eine raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte. Ich erwähne oft die Donuts und die Feddings. Das sind ganz außergewöhnliche Menschen. Da meine ich nicht besser, sondern bloß, denn ihr ganzer Leben sehe ich sehr außergewöhnlich. Und die sind ja jetzt alle fast Mitte 70. Und die machen Holofeeling wirklich sehr, sehr extrem seit 25 Jahren, sage ich einmal. Also die Feddings haben mich, glaube ich, vor 22 Jahren das erste Mal waren die auf einem Vortrag von mir. Und wenn ich da die Lebensgeschichten erzähle, dass die jetzt Mitte 75, die sind jetzt in den Blick drin. Die kriegen jetzt die Ruhe und die sagen, jetzt erst beginnen wir das wirklich zu verstehen. Man meint auch mit 60 oder meine Inge, die wird jetzt 78, fast 80, ich weiß gar nicht, geht auf die 80 zu. Die hat mit 70 schon gesagt, das, was ich jetzt verstehe, das hätte man mir vor drei Jahren, hätte ich das überhaupt nicht begreifen können. Das geht hier. Und das ist jetzt, glaube ich, deine Frage, die du auch hast, unter anderem. Und es geht hier nicht mehr um irgendein intellektuelles Wissen, das man äußern kann. Ich nenne das immer ganz einfach die Gewissheit. Und es setzt bei dir, ich sehe ja mich eigentlich an dir relativ früh ein. Dann habe ich oft meinen Jan Jakob, der sich im Chat ja gar nicht sehen lässt, aber der die Bücher geschrieben hat, der Jan, der hat mich das erste Mal mit 20 ungefähr kennengelernt. Und dann hat er die Möglichkeit gehabt, durch seinen Vater, dass er aus der Firma raus ist und der hat dann nur studiert, nur studiert. Er war fast jedes Wochenende bei mir. Dann hat er das Buch der Buchstaben in Schöpfungsschlüssel geschrieben. Da müssen wir uns nicht groß auseinandersetzen. Das ist schlichtweg und einfach so, wie wenn du jetzt mit jemandem sprichst, da schaltet der Amaretto ja vollkommen ab, ich benutze dich ja bloß. Dich fragt irgendjemand etwas, dann versuchst du das best nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt, zu erklären. Und wenn du ganz ehrlich bist, wenn du dann neben dir stehst und das Gespräch beobachtest, dass in dieser Erklärung dir ein Beispiel einfällt, das hörst du als Amaretto jetzt genauso zum ersten Mal wie dein Gegenüber. Ja, normalerweise ist es so, ja. Also seit einigen Monaten habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr so. Das ist jetzt, das sind solche Phasen, aber da geht es nicht um richtig und verkehrt. Das ist das Hauptthema. Aber ich will kurz mit dem Jan fertig machen und der Jan war früher dann immer sehr beleidigt. Der hat dann diese Bücher geschrieben und dann ist es interessant und man hat da ein Buch geschrieben, das letzte Ich und vier Ich oder wie das heißt. Und da hat er dann gemeint, er müsste seinen eigenen Stil machen. Da habe ich meine Inspiration abgeschaltet und das ist einfach übelste, einfache, esoterische Kacke. Nach diesen tollen Büchern, wo er geschrieben hat. Und da hat er dann gemeint, er müsste sich zum David machen. Hat auch kein aller einziges Mal das Wort Gott erwähnt, wobei, ja, er will die Masse erreichen. Ich sage, die Masse kannst du nicht erreichen. Du weißt, ich sage, die Masse geht mir am Arsch vorbei. Wer mir am meisten am Arsch vorbeigeht, das ist der Udo. Und du solltest irgendwann einmal erkennen, der Amaretto. In dieser Ebene geht es wirklich nur noch, und das ist der kleine, besondere Trick an den ganzen Ohren Badungen, der, der uns zwei jetzt ausdenkt. Der einzige, das wiederhole ich immer, weil das der wichtigste Satz ist, das ist der große, große Unterschied, abgesehen von der Vordersprache, die es nirgends anders gibt, die aber nicht wichtig ist. Du weißt, die ist sehr hilfreich, wenn du mal eine gewisse Reife hast in einer Schiene. Da meine ich jetzt nicht die Reife, von der ich gerade gesprochen habe. Die Reife, von der ich gerade gesprochen habe, die hat überhaupt nichts mehr zu tun mit einem äußerbaren intellektuellen Wissen. Nennen wir das ganz einfach, ist die absolute Gewissheit. Die ist jenseits der Worte. Das ist dieses, weißt du, wenn, ich sage immer wieder, in dem letzten Gespräch mit der Helga, werde ich in den Kleinfeldvortrag, werde ich da nochmal drauf eingehen, diese Zweierstufen. Der normale Mensch glaubt ja, er ist der Körper. Und dieser Körper ist was anderes, ich bin was anderes, wie all die anderen Sachen, die ich mir ausdenke, wobei natürlich da der Schläfer da ist, dem nicht klar ist, dass er sich seinen Körper genauso ausdenkt, wie alle anderen Sachen. Ich bin der Körper und dieser körperliche Mensch, der glaubt, er ist der Körper und da ist natürlich jetzt auch kein Bewusstsein dran. Da ist nur dieses eine, ich sage jetzt das kleine blaue Ich, das bin ich und alle anderen Sachen bin ich nicht. Jetzt, das ist unter dem Bau miteinander verbunden, die Erscheinungen, sage ich einmal, mit diesem körperlichen Menschen, der vollkommen geistlos ist, der nur sagt, ich bin dieser Körper. Jetzt machen wir einen Zweiersprung, jetzt nehmen wir das große blaue Ich und das kleine blaue Ich. Das ist auch eine so Kombination, da haben wir im Prinzip noch dasselbe Problem ohne Bewusstsein, dieser Mensch sagt auch, ich bin, aber der sagt nicht mehr, ich bin dieser Körper, sondern der kann sich jetzt auch Körper in die Vergangenheit und in die Zukunft denken, sein vom Säugnis bis zum Kreis und alle anderen Sachen bin ich nicht. Jetzt machen wir nur noch einen Zweiersprung, jetzt kommen wir in das rote Ich, das jetzt mit dem blauen Ich, mit dem Computer, der mit seinem einzigen Programm zusammenhängt. Das ist jetzt schon Bewusstsein, aber dieses Bewusstsein sieht nur die Bilder, die dieses Programm aufwirft und natürlich nur das, was momentan auf welcher Seite steht, was es hergibt. Du siehst ja mittlerweile Sachen, die vor zehn Jahren für dich erahnt waren, aber überhaupt nicht verstanden werden konnten. Ja, unmöglich. Und das Verstehen ist immer klar, wenn ich vom Verstehen rede, das ist nicht mehr intellektuelles Wissen. Das ist der große Witz zu merken, dass da irgendwas in einem drin ist. Ich höre von so vielen Menschen, die den Udo mit 30 Jahren oder 40 Jahren, im Alter von 30 oder 40 Jahren das erste Mal sprechen hören, höre ich dann immer wieder du, die dann begeistert sind, die sofort anspringen auf Hudofeeling. Du, ich habe schon immer gespürt, dass irgendwas anders ist. Und ich sage, wenn das nicht in dir drin wäre, dann wäre ich in dir gar nicht auftaucht. Aber es geht nicht um den, der du zu sein glaubst, der spürt, dass irgendwas anders ist, sondern es geht um das, was du in dir spürst. Das bist du selbst. Und dann hat man sein Leben zu machen. Das Herz Erfrischende. Und dann kommt, wir wollen an dem Leben nichts verändern. Das verändert sich doch von selbst. Und du wirst dann merken, die Neugier wächst. Dann hat man wieder Phasen. Und das ist jetzt immer wieder, wo ich sage, dein Leben ist wie das Wetter. Du hast keinen Einpass drauf. Darum ist, wenn man die Selbstgespräche, jetzt die ersten, die Almenach-Vorträge, da war früher vor 20 Jahren, war das Hauptthema eigentlich zu verglichen, dass in der Selbstbeobachtung man merken müsste, dass man wirklich als Brösel überhaupt keine Freiheit hat. Ich spreche jetzt nur mein Speisekartenbeispiel an. Ich weiß, ist bei dir drin. Und im Alltag vergisst man halt das immer wieder. Man meint, man müsste was entscheiden. Und ich sage, schau einfach, wenn du dich erhebst, und du musst jetzt in diesen großen wertfreien Bereich kommen, schau einfach, mit was da Amaretto konfrontiert wird, und schau, wie er sich entscheidet, und schau, was er sich damit einhandelt. Das ist der Lernprozess. Ja, das wird irgendwie deutlich, dass ich da halt nicht, dass ich sowieso da nicht rauskomme, also dass sich die Beobachtungen auf die Prozesse an sich richten müssen. Ich würde sagen, du bist schon draußen. Du wirst doch ohne glauben, dass der Amaretto mich jetzt sprechen hört. Du bist schon draußen. Du bist der, der jetzt den Udo sprechen hört. Und jetzt sag mir an dem ausgedachten Amaretto oder an den Jahren, was mich sprechen hört, was ausgedacht ist, kann mich nicht hören. Merkst du, das meine ich jetzt, das wird sich installieren bei dir. Dass das absolut präsent jede Sekunde da ist, du wirst nicht vergessen, wer du bist. Und dann bist du wer, der nicht mehr selbst an sich denkt. Ich muss jetzt ja von dem roten Ich sprechen. Ja. Und dann waren dir solche Äußerungen sofort bewusst, aber du wirst es dich nicht einmischen, du wirst es den Amaretto sprechen lassen. Das ist das Wachstum des Bewusstseins. Naja, ich führe immer noch diese... Du hast es verstanden, ich hoffe. Das Prinzip. Naja, ich sage, diese Diskussion, wie jetzt mit Fiona und so, die führe ich ja immer noch weiter. Aber ich bemerke sie halt, dass ich da eben keine Chance habe, dass der Prozess sich mir aufdrängt, beobachtet werden zu wollen. Und der, der jetzt beobachtet, der das merkt und der sich auch nicht einmischt. Achso. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du zuerst einmal in einem Zustand... Und pass auf, die einfachen Beispiele... Hast du mein Bild amaretto? Ja. Die einfachen Beispiele, die ich immer wieder wiederhole, dass man nichts verändern soll, weil jeder... Das ist diese Geschichte mit dem blinden Arschloch. Jeder, der mit irgendetwas beobachtet, ich sage, egal auf welcher Stufe in unserer Transversalien-Hierarchie, ob er jetzt ein kleines blaues Ich ist, ist ja eh kein Bewusstsein da. Der kann sich ja nicht selber beobachten. Oder ein großes blaues Ich. Der Mensch oder nur dieser Körpermensch, wo ich gerade gesagt habe. Also die Masse, die Masse sagt, ich bin dieser Körper und alles andere bin ich nicht. Und meinen Babykörper, den hat es zwar gegeben, aber der existiert ja nicht mehr. Das ist so unheimlich logisch, aber man merkt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie geistlos dieser Materialismus ist. Und dazu zählen jetzt auch alle Religionen, weil die ganzen Religionen genauso materialistisch denken. Die glauben genauso, die Welt ist da außen. Und die Sachen da außen in der Welt sind auch dann da, wenn ich nicht dran denke. Und ich wurde in der Vergangenheit geboren und vor mir hat es auch schon irgendwelche gegeben. Das ist die Falle. Und jetzt ist es also so, dass du ja schon wieder ein blindes Arschloch bist, wenn du dir versuchst, was abzugewöhnen. Das ist die Sache, dass du merkst, dass der Amaretto einen Scheiß baut. Und das ist jetzt das Problem des kleinen, also Entschuldigung, des roten Ich, des normalen roten Ich, des noch in der Hierarchie unter sich, des blauen Ich, das Programm hat, dass du schon Bewusstsein bist, aber immer noch nur, was du denkst, in Verbindung mit der Logik deines momentanen blauen Ich funktioniert. Und jetzt ist es, dass du plötzlich merkst, hey, ich bin ja ein blindes Arschloch. Weil das ist ja auf deinem Bewusstsein drauf, auf dieser Stelle, an der Stelle, wo du das vom Udo hörst und dich mit diesen Gedanken beschäftigst, oder das liest, in den Ohrenbahrungen, was ein blindes Arschloch ist. Und jetzt merkst du, hey, ich bin ja auch noch ein blindes Arschloch. Also mein Programm macht mich ja noch zu einem blinden Arschloch. Und jetzt kommt die Falle in dem Spiel, wenn du jetzt versuchst, dir das blinde Arschloch abzugewöhnen, wird es rote Ich wieder zu einem blinden Arschloch. Darum braucht man jetzt im Hintergrund das JCH. Das ist das Bewusstsein, das schaut, einfach nur schaut, aber überhaupt nicht mehr wertet. Und das ist der schwierige Sprung dabei. Ich drücke das in einem ganz einfachen Beispiel aus. Das ist die Sache mit dem Ärger. Wenn du in der reinen wertfreien Beobachtung erkennst, dass Ärger vollkommen sinnlos ist, weil Ärger löst in dir Unwohlsein aus, ändert aber nicht das Geringste an dem, worüber du dich ärgerst. Mein Kratzerbeispiel im Auto. Das vermehrt das sogar noch. Und jetzt kommt der erste, richtig, und jetzt kommt der erste Fehler, dass wenn man das jetzt liest, in den Ohrenbahrungen vom Udo hört, weil es muss ja, oder es taucht in dir durch eine Inspiration auf, das passiert, die Sachen, funktioniert ja wenn anders, dann sieht es ja so aus, sobald du das registrierst als rotes Ich-Bewusstsein, zwing dich dein Programm zu versuchen, den Ärger abzugewöhnen. Und dann kommst du in eine Endlosschleife, weil du ein blindes Arschloch bleibst. Und wenn das JCH, wenn du die Reife von dem JCH dann hast, siehst du natürlich, dass dieses rote Ich dem Bewusstsein das Ärger nichts bringt, aber du siehst jetzt auch, dass der jetzt versucht, sich in seinem blauen Ich den Ärger rauszulöschen. Und der, nur der kann dann die Sinnlosigkeit von solchen Aktionen erkennen. Und dann durch die Erkenntnis der Sinnlosigkeit, die jetzt, wenn ich jetzt sage, das ist sinnlos, werde ich nichts, das ist eine Feststellung eines Mechanismus, löscht er sich von selbst. Dieser Ärger. Aber der Witz ist, er ist im selben Moment noch da, aber er traktiert dich nicht mehr. Es gibt ein rotes Ich, das sich mit dem Ärger noch Gefühle macht, und es gibt dann das JCH, das auch ja in meiner interpersonifizierten Form, anders existiert es ich ja nicht. Dass ich jetzt als Udo zum Beispiel, wenn ich immer, ich mache jetzt wieder Udo Brüssel, und wir können jetzt Jahn setzen oder Amaretto setzen, dass ich das nur beobachte und mich überhaupt nicht mehr einmische. Ich habe jetzt so viele Fälle gehabt, ich mache jetzt wieder raumseitige Schnicksnacksgeschichten, die sehr lange Holo-Feeling studieren und dann mit der Gesundheit was passiert. Und du wirst dann merken, wenn dir der Arsch auf Grundeis gießt, dann rennt er sich doch wieder zum Arzt. Das ist jetzt der Reizauslöser. Pass auf, nicht einmischen. Das ist vollkommen okay in der Reifestufe. Ich werde niemals sagen, geh nicht zum Arzt. Du sollst es fließen lassen. Aber wenn du den Punkt, von dem ich gerade gesprochen habe, wenn du den erreicht hast, dann wirst du das nicht mehr machen, weil du die Sinnlosigkeit erkannt hast. Warum? Weil du merkst, wie tief da noch das D in dir drin ist, das sich möglichst lange am Leben erhalten wird. Ich sage auch, ich habe vor 20 Jahren schon gesagt, wenn dir ein Stück vom Zahn rausbricht, du musst nicht einmal Zahnschmerzen haben. Und du gehst die scharfe Stelle von einer Plombe, meinetwegen, und du gehst mit der Zunge immer an die Stelle hin und dann, du kennst das bestimmt. Ja. Wenn du so eine scharfe Kante am Zahn hast und dann geht man mit der Zunge immer hin und dann fängt die Zunge fast zum Bluten an. Das ist auch so ein Mechanismus. Verdammt, dann gehe ich zum Zahn und lasse mir die scharfe Stelle abfallen oder eine Plombe reinmachen, bitte. Mir geht es jetzt nicht einmal um die Schmerzen, dass dich die Schmerzen zum Zahnarzt treiben. Das ist, wenn einem Auto was nicht geht, wenn man ein Auto hat, die bremsen nicht, dann fahre ich in die Werkstatt. Ich habe doch früher, vor über 20 Jahren, ich bringe mir das Beispiel, das will ich damit ausdrücken, wie viele tausendmal ich das schon wiederholt habe, dein Körper, der Amaretto-Körper, das ist wie ein Leasingfahrzeug. Das ist geliehen, das ist Leasing. Und ein Leasingfahrzeug jetzt im Klassischen, wenn du ein guter Mieter von dem Auto bist, sollst du das Auto ja wieder zurück oder musst das Auto zurückgeben und man hält es einfach so weit in Schuss. Ich sage immer, die natürlichen Alterungen in den Zeitrahmen, wo du fährst, dafür kannst du nichts. Die werden dir auch nicht angerechnet. Aber alles, was über eine normale, natürliche Alterung hinausgeht, kriegst du dann als Fehler in deinem Leasing, in deinem Rückkaufwerk, kriegst du den mit draufkaufen. Und das ist die Sache, du lässt den Kunden ins Machen, du tust die Reifen aufziehen, wenn Kleinigkeiten, Ölwechsel, das ist diese reine Betriebssache. Genauso solltest du deinen Körper sehen. Alles, was darüber hinausgeht, ist Blödsinn. Also alles, was kommt, geht ja auch wieder. Was jetzt größer ist, jetzt nicht... Wann geht was? Bitte? Wann kommt was und wann geht was? Ja, das bin ich noch am rausfinden, aber es ist auch einiges gekommen und gegangen in letzter Zeit. Aber es kommt immer jetzt und es geht immer jetzt. Ja, klar. Wo kommt alles her? Und wo geht alles hin? Das ist ein Riesenunterschied und jetzt komme ich wieder zu der Reife, wo ich gerade angesprochen habe am Anfang. Das ist ein Riesenunterschied, ob du das jetzt in deiner Phase immer mehr zu begreifen beginnst, dass das immer klarer wird. Dir sind so viele Sachen klar geworden. Schau mal, was da in den letzten fünf Jahren passiert ist mit dir oder die letzten zehn Jahre. Aber oberflächlich bist du immer noch der Brösel Amaretto mit all den Marotten, die du hast. Da sind einige Sachen, sie haben sich aufgelöst, dafür sind andere Marotten dazugekommen. Ich habe ja schon fast einmal Angst gehabt, du wärst seriös. Seriös? So in Ansätzen. Inwiefern jetzt? Die Bestrebungen. Ich meine jetzt, du wirst ein bisschen gereift, bist du schon die letzten Jahre. Ach so. Ja. Also wie gesagt, das war es. Vor kurzer Zeit noch warst du ein Vollchaot, und jetzt bist du bloß noch ein Chaot. Ja, ein bisschen auch, ja. Aber dafür kommt neues Zeug. Immer. Das ist der Austausch. Du drückst, es absolut neu erfordert den Verlust des Alten. Das ist die Geschichte, wozu mein Hauptthema eigentlich ist. In den Erklärungen hängt natürlich davon ab, mit wem ich spreche. die Veränderung, wie drücke ich das jetzt aus, dass sich deine Interessen immer mehr verlangen. Das ist ja der Lernprozess, den du zurzeit machst, in deinen Erklärungen. Das geht schon mit deinen ersten Gesprächen an, wo du in einer kleinen Gruppe, oder bloß auch das Spitz, jetzt geht es schon wieder los, es ist so vollkommen gleichgültig, ob du bloß mit einem sprichst, ob du einskypest, ob du 200 Menschen, wo du sitzen hast. Es ist ja nur für den, der dich ausdenkt und eventuell die anderen, ob jetzt das ein andere oder zwei oder fünf andere sind, spielt dabei keine Rolle. Lernen, gut, nur der, der sich die Gespräche ausdenkt. Und du wirst jetzt feststellen, das bin immer ich, das rote Ich, aber da ist natürlich, welche Gespräche ich mir ausdenke, hängt jetzt davon ab, was für ein blaues Ich ich habe, weil das das Programm ist. Denk an die Computer-Metapher. Es ist jetzt, ich versuche in Worten was auszudrücken, was derjenige, der meine Gedankengänge mitgeht. Wenn du anmerkst, jetzt rede ich wieder auf der normalen Ebene, wenn du merkst, dass ein Gegenüber überhaupt kein Interesse hat oder diskutieren will, dann brech das Gespräch sofort ab. Das war die Sache mit der Fiona, da hast du nicht abbrochen. Ja, das mache ich bis heute noch nicht. Da hast du gespiegelt, da hast du gespiegelt, letztendlich nur dich gespiegelt gegenüber Kaffee. Ja, ja. Du wolltest dir was erklären und sie wolltest dir was erklären. Ja, sobald da so ein Spiegelcharakter da ist, findet es statt. Also bis heute noch. Und dann hängst du dich fest und dann hast du so eine Endlosschleife. Das hat sich ja so lange hingezogen. Ich sage, Mensch und Kind, wann begreift der denn endlich das? Momentan zumindest. Ich kenne, ich habe das Fiola-System, hatte ich ja schon vor Jahren. Jetzt muss ich wieder Zeit bringen. Du weißt, was ich meine. Ich denke das jetzt. Wir blättern zurück. Ich kann nicht immer sagen, ich blättern zurück. Meistens sage ich es. Und da gibt es viele Figuren in Lernprozessen, wo du hast, die aber trotzdem dann ihren Sinn haben. Und wenn es bloß der Sinn ist, um Hartnäckigkeit zu erkennen. Ja, genau. Und deine eigene Hartnäckigkeit, was in dieser Beziehung jetzt des Erklären-Wollens, hängt immer zusammen, immer an die zwei Seiten denken mit der Hartnäckigkeit von der anderen Seite, die natürlich die andere Seite ist. Das war so ein schönes Beispiel damals Fiona und du. Ja, das war auch lehrreich. Aber das hat sich gezogen und gezogen. Und jetzt vor zwei Tagen oder was macht sie ihre ein paar Sätze rein, ein paar Sprachnachrichten rein. Da denke ich, was ist mir mit der passiert? Ja, das habe ich auch gedacht. Ist die auch so gegangen? Ja, ja, voll. Ihr müsst so gegangen sein, weil du ich bist. Man registriert es dann mit einem gewissen Schmunzeln, ob sich das jetzt hält. Das ist natürlich wieder eine andere Frage. Aber merkst du, die ganze Sprache, die ich jetzt grammatikalisch darstelle, ist schon wieder, ob sich das hält, ist schon wieder ein Gedanke an die Zukunft. Und das ist jetzt das große, der große Verwandlung ist, wenn du von dem roten Ich zu dem roten JCH kommst, dass das, was ich jetzt immer wieder gefilmt nachher, danach, dir erklären kann, ich habe jetzt gesagt, ob sich das hält. und dann sage ich, merkst du, das war jetzt schon wieder, Worte, die jetzt aufgetaucht sind, die eine Illusion von Zukunft erzeugen. Das absolute Bewusstsein ist dir, jede Kleinigkeit, die du äußerst, ist dir genau bewusst, dass du dir das jetzt dahin denkst, dass du dir das jetzt denkst, dass du dir jetzt das denkst und immer jetzt. Das ist das Bewusstsein. Das ist nicht mehr Wissen, sondern das ist reine Wahrnehmung. Was ist jetzt da? Man kann das in einem Satz sagen. Du musst dir, wenn du das dann von dem roten Ich zu dem JCH wirst, ist dir jeden Moment klar, was du jetzt äußerst. Das geht bis hin, du weißt, wenn die Zeile, fünf Worte, ich sehe jetzt die fünf Worte, jetzt spreche ich das erste Wort aus, jetzt spreche ich das zweite Wort aus, jetzt spreche ich das dritte Wort aus und in dem Moment, wo die Worte auftauchen, richtet sich mein Bewusstsein, schau bloß auf das Geräusch und dann sind die fünf Worte für einen kleinen Moment schon weg, weil die fünf Worte in der Zeile existieren nur, wenn ich die Zeile denke. Wenn ich jetzt schon sage, das sind fünf Worte, eins, zwei, drei, vier, fünf in einer Zeile und ich mache jetzt aus diesen fünf Worten Geräusche, ich kann nicht alle fünf Worte gleichzeitig aussprechen, dann sage ich jetzt eins, ich sage jetzt zwei und in dem Moment, wo ich das sage, sind ja vier, fünf, sechs ist in dem Moment schon nicht mehr im Bewusstsein, im Darstellen, im Bewusstsein. Ich kann mir das jetzt durchaus aufzoomen, dass ich die Worte sehe und ich sehe, wie ich es raushebe. Das ist aber nur sehen, dann siehst du immer, was alles da ist und dann kommen die unteren Schichten mit dazu und ich sage, das geht dann noch weiter, wenn jetzt da ein Wort in der Zeile Wassermelone ist, mein Beispiel, habe ich aber auch mal erzählt, dann stelle ich fest, dass das Wasser, was in der Zeile die Worte sind, sind in den Worten Buchstaben, die Buchstaben und dann hebe ich aus dem Wort Wasser aus dieser Zeile mh, a, e, r raus. Jetzt kann ich das nochmal stufen und das ist es jetzt, wenn du absolut im Jetzt bist und jeden Moment dieses Geflacker in dir anschaust oder die Umformung der Gnete und das ist das Schöne, das kann ich dir garantieren, dem wirst du immer mehr entgegenwachsen im Jetzt. Ja, das ist immer noch so ein seltsames Paradoxon, weil ich spüre immer noch diese, sage ich jetzt mal, jugendliche Ungeduld. Ich weiß ja einerseits, in diesem Jetzt ist das alles schon passiert. Das heißt, wann immer ich denke in die Zukunft, dann bin ich schon wieder weg, dann bin ich schon wieder auf dem Holzweg. Aber jetzt sagst du ja immer wieder, dass vor diesen 20 Jahren noch gar nichts groß passieren wird. Doch, Lernprozesse, Lernprozesse, die durch ein Horeca zusammenfallen. Das ist immer wieder der Satz, gerade sagst du, ich spüre meine jugendliche Ungeduld. Du bist der, der das spürt. Du bist der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und genauso geht es dann weiter. Dann kommst du in eine Phase, ich spüre zum Beispiel, ich spüre zum Beispiel dieses Ich, das jetzt das UNO-Programm laufen hat. Ich muss es irgendwie ausdrücken. Ich spüre zum Beispiel, wie unendlich vergesslich ich zur Zeit war. Jeder, Fetting Stone ist, die Namen, die ich sage, die schmundeln schon über ihre eigene Vergesslichkeit und freuen sich drüber. Das ist jetzt das, was Holofilling mit einem Menschen macht. Ach so. Der, der es erlebt, ist der, der spürt Amaretto. Ja. Ein Alzheimer, den wir uns ausdenken, der kann nicht spüren, dass er Alzheimer hat. Ja. Verstehst du? Der ist einfach eine Figur in einem Traum. Das Bewusstsein, das immer ist, ist ja nicht dieses Wissen. Wissen ist ja kein Bewusstsein. Wissen ist, Bewusstsein ist das, was sein eigenes Wissen anschauen kann in vielen Facetten. Und jetzt ist es ja so, in dem Moment, wo du spürst, dass du vergesslich wirst, wirst du, wenn du wirklich bei Bewusstsein bist, merken, dass du gar nichts vergessen hast. Das ist auch so eine Sache, die ich so oft erkläre, wenn ich jetzt in einem Gespräch, ich will dir was erklären und jetzt kommen mir Filme in den Sinn. Okay? Und ich weiß, in dem Film, wenn man den gesehen hat, da wird es gut, diese Metapher, die mir wichtig ist aus dem Film, wird gut dargestellt. Und jetzt, will ich den Amaretto, den ich mir ausdenke, fragen, kennst du den Film, um mir Redearbeit zu ersparen? Wenn du den Film nämlich nicht kennst, muss ich dir zuerst erklären, was in dem Film abgeht, dass wir dann auf die Metapher eingehen können. Also gut, ich frage den Amaretto, ich will den Amaretto fragen, kennst du den Film? Und jetzt fällt mir der Name von dem Film nicht ein. Mir muss klar sein, sobald mir der Film, wir können die Namen austauschen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch Amaretto-Song für ich, okay? Ja. Kann dir genauso passieren, wenn du älter wirst und in dieser Bewusstsein höchst, wirst du merken, es wird auch passieren. Das heißt, ich bleibe einmal in der Form vom Amaretto, wie das aussieht. Der Amaretto, versucht jemandem sowas zu erklären, dann wird eine Frage gestellt und jetzt kommt dir plötzlich, taucht in dir ein Film auf und der Witz ist schon, wenn der Film auftaucht, da ist ja kein Film im ersten Moment da, das ist eine eigenartige Form von Wissen, das ist eigentlich gar keine bildliche Darstellung. Ist schon, ich sage, fast ein Chat. Der Film ist sowieso ein Chat. Und jetzt fragst du den, kennst du den Film? Und dir fällt der Name von dem Film nicht ein. Du kannst dir nicht fragen, ob er den Film kennt, weil dir der Name von dem Film nicht einfällt. Jetzt ist aber der Witz, dass du in dem Moment, wo du diesen Film als Beispiel nehmen willst, dir komplett, wenn du jetzt in deinen Kopf reinschaffst, du siehst die Sehnen, du siehst genau die Sehne, die Stelle in deinem Kopf, die du als Metapher benutzen willst. Da ist eigentlich alles da, du hast den Film ja nicht vergessen. Aber der Name ist nicht da, um dem Gegenüber fragen zu können, kennst du den Film. Und das kann einen Wahnsinn treiben. Das ist auch wieder eine zwanghafte Reaktion von dem blauen Ich, das du hast. Und jetzt kommt die Lösung. Das heißt, du selber weißt ja, um was im Film jetzt geht, dir fällt nur der Name nicht ein. Oder der Sänger oder der Liedex, je nachdem, was wir benutzen. Und jetzt musst du das von der anderen Seite angehen. Warum ist das jetzt so? Ganz einfach, weil ich schon wieder einen Gedanken von mir was erklären will. Jetzt denkt wieder jeder Mensch, der dir gegenüber sitzt, dieser Kiste. Du fragst jetzt eine Kiste, die du dir ausdenkst, ist in dir dieser Film drin. Also willst du fragen. Ja. Und darum passiert es in dir, dass du zuerst einmal die Namen von was vergisst, was du selber gar nicht vergessen hast. Aber mir Wissenschaftler irgendwas, mir fallen die Namen nicht ein. Das ist die komplette Physik. Da könnte ich dir die Formen hinschreiben von dem Typen, den ich mir jetzt ausdenke, der die Formen natürlich nur deshalb entdeckt hat, weil ich mir denke, dass der die Formen entdeckt hat. Das ist das Verrückte, was ja jetzt schon da ist. Was du zum Beispiel über Pladon weißt, ist das, was du dir angelesen hast. Und da kann man unheimlich viel sich anlesen. Das sind ja alles nur Checkordner, die du praktisch in dir geist aktiviert hast. Jetzt denk an unsere Hierarchie. Du bist der Computer, auf deinem Bildschirm kann nur auftauchen an dem, was du am Programm laufen hast. Die Programme, die in dir laufen, das sind die, die du schon wie Bücher oder Kapitel durchgearbeitet hast, die du freigeschalten hast. Das sind aber noch viele andere Programme jetzt auf der tieferen Schicht, die du aus dem Internet holen kannst, die du jederzeit aus dir rausholen kannst. Es geht nicht um Wissen. Mein schönstes Beispiel zur Zeit, ich habe viele schöne Beispiele, wenn du jetzt träumst, Amaretto, und du setzt dich am Computer, du gehst jetzt ins Internet, und du interessierst dich meinetwegen für Sokrates, Pladons Lehrer. Musst du Pladons Schriften aufmachen und dann tauchen dann diese ganzen Pladons Schriften auf. Kann man im Internet alle kostenlos lesen. Und jetzt ist es ja interessant, die große Frage ist, wenn du träumst und du schaust eine Internetseite an, die du noch nie gesehen hast, wo kommen die eigentlich her, wenn du das träumst? Die Schwierigkeit ist zuerst einmal, dass von außen überhaupt nichts kommt. Da außen gibt es kein Internet. Ich sage mal, das heißt Internet und nicht Außernet. Es ist ja eh schon, also sind wir drin, und man setzt das reine intellektuelle, denkbare Wissen setzt man so unheimlich hoch in der Welt. Das ist vergänglich, wie jeder Gedanke vergänglich ist. Das Ziel ist die Weisheit. Das ist wie das weiße Licht, das ja angeblich alle Farben gleichzeitig ist. Wirst du, wenn du ein weißer Geist wirst, weiße jetzt, nicht mit scharfen S geschrieben, sondern mit normalen S. Weiß mit scharfen S ist das Weib. Dieser Better-Effekt. Ja. Und da nennt man natürlich jetzt auch, die Farbe nennt man auch mit einem scharfen S. Die weiße Farbe. Aber die weiße Farbe ist nicht das Weiß, von dem ich rede. Das Weiß, von dem ich rede, ist unsichtbar. Das weiße Licht in der Physik, das aus allen Farben besteht, ist nicht das, was man normal weißes Licht nennt, weil weißes Licht in der Form gibt es eigentlich gar nicht. Das ist das, was das Licht sieht. Das ist das, was das Licht sieht. Du bist das Licht. Die Sache mit der Rose. Du kennst, du hast so viel studiert in den Ohrenbogen. Mein Rosenbeispiel. Kannst du dich erinnern? Muss ich jetzt kurz ansprechen? Es kann sein, dass ich da noch gar nicht war. Also ich habe wirklich nur die ersten beiden Bände gelesen. Kein Problem. Ich habe jetzt nicht den Amaretto gefragt, ich habe den Geist gefragt, der uns ausdenkt. Kannst du dich erinnern? Ja. Das ist der Unterschied. Ich rede ja nur mit dem Geist, der uns ausdenkt. Pass auf, Beispiel. Die Rose ist rot. Wie funktioniert es? Was erklärt uns die Physik? Wir haben eine Sonne oder irgendeine Lichtquelle, die ist, die strahlt weißes Licht aus. Physikalisch definiert ist weißes Licht ein Gemisch von sämtlichen Wellenlängen, sprich Farben, gleichzeitig. Weißes Licht kann man nicht sehen. Wenn dieses weißes Licht auf die Oberfläche der roten Rose trifft, absorbiert diese Oberfläche sämtliche Farbfrequenzen, also sämtliche Farben, bis auf die Frequenz rot. Die wird reflektiert, geht zum Auge von dem Zuschauer, geht in mein Auge rein, wenn man normal redet und wenn dann das, an der Retina wird es auf den Zäpfchen, werden die Rotsapfen angeregt, die gehen mal signalweit und dann sehe ich die Farbe rot. Glaube ich, so viel Physik hast du im Hintergrund. Ja, ja, die Story kenne ich, ja. Jetzt erinnerst dich wieder. Ja. Erinnerst dich wieder. Und das Schöne ist, das beginnt schon bei dem Wort absorbieren. Wenn dieses Frequenzgemisch, das Farbgemisch auf die Rose trifft, absorbiert, das heißt verschluckt, verschluckt die Rose sämtliche Farben, sämtliche Frequenzen, nur das Rot wird reflektiert. Das heißt, absorbieren heißt verschlucken, ich könnte es noch einfacher ausdrücken, isst, essen. Frisst diese Oberfläche alle Frequenzen, alle Farben auf, nur die rote Mark sendet, die wird reflektiert. Der normale Mensch sagt, warum ist die Rose, die rote ist, die, die, die Rose, Entschuldigung, ist rot, ist, jetzt in Form von Essen, ist rot. Ich sage, nein, rot ist die einzige Farbe, die sie nicht isst. Die sie nicht verschluckt. Die sie nicht absorbiert. Die Rose isst alle Farben, bis auf die rote Farbe, sonst könnte ich sie nicht sehen. Jetzt können wir das erweitern, das Beispiel Amaretto. Ich sage jetzt, das weiße Licht, das ist übrigens so in Wirklichkeit, weil das weiße Licht ist dein Geist. Das absorbiert nicht nur sämtliche Farben, die Frequenzen, sondern auch sämtliche Gerüche und sämtliche Formen. Dieses weiße Licht ist sämtliche Formen, sämtliche Gerüche, sämtliche Gefühle, alles gleichzeitig. Und es trifft jetzt auf das Objekt Rose. Und die Rose isst, sie verschluckt, sie isst sämtliche Farben bis auf die rote Farbe. Sie isst sämtliche Formen bis auf die Rosenform und sie isst sämtliche Gefühle haben wir in der Rose nicht, müssen wir wegmachen. Okay, nur Rot und die Rosenform wird reflektiert und geht in dich rein und darum siehst du diese rote Rose. Wir haben jetzt aber ein Problem, wir denken uns immer noch eine Trinität aus, nämlich das Licht, das Objekt und in der es ausschaut. Jetzt schmeißen wir das alles in einen Punkt zusammen, wir machen das alles zu dem Licht, dieses Licht ist alles. Es ist sämtliche Formen, es ist sämtliche Gerüche, es ist sämtliche Gefühle, es ist sämtliche Farben, bis auf das, was es nicht ist. Und das ist das, was du sehen kannst, weil das herausgehoben wird. Merkst du, wir haben jetzt ein klassisches Beispiel in der Physik bloß genauer betrachtet. Was jetzt das Geheimnis ist, das bist du. Das bist du. Dat vam ase, das bist du. Du bist immer alles, jetzt im Moment, wenn du aufmerksam zuhörst und nur auf meine Worte achtest, ich sage, ich erkläre es ja nur dem, der mich ausdenkt. In dem Moment ist der Udo nicht du. Es ist eine Information von dir. Aber was jetzt der Witz ist, dass in vielen Phasen du kein Hauch an Gedanke an den Körper von dein Amaretto da ist. Weil immer nur das existiert, was in Erscheinung tritt, was aus dir rauskommt und weil da ein Unterschied ist zwischen dir alles, das alles ist nichts. Die Kleinsten werde ich zu den Größten machen, heißt es. Schau mal, ich preisier mir das Wort Klein. Du hast mein Bild, oder? Ja. Also die Radix hast du mittlerweile im Kopf. KL ist alles und I heißt nicht existieren. Das Wort Klein heißt, alles ist nicht existieren. Wenn was existiert, ist es nur eine Facette aus dem Alles, das genau genommen nichts ist. Hast du das verstanden? Ja. Okay, jetzt pass auf, jetzt tue ich dir ganz kurz mein Bild übertragen. Ich will nur das gleich merken, worauf ich hinaus will. Die Matrie-Explorer, jetzt pass auf, jetzt machen wir das selbe, da warst du dabei, ne? Ja. Das Wort Klein ist das Ganze, die Gesamtheit, immer wieder dran denken. Die Kleinsten werden, ich habe einmal ganz eindeutig in irgendeiner Blödsorlogie gesagt, die Kleinsten werden zu den Größten werden. Okay? Was ist das jetzt, die beiden hebräischen Buchstaben? Kofl. Okay. KL. Okay, das ist jetzt Kol. Schau, KL. Mhm. Da steht jetzt schon, wie geistiges Licht, unsere blaue Tabelle, ich muss da umschalten, einen kleinen Moment. Darum sage ich, das Wichtigste ist das hier. Ups. Die Tabelle, die muss schlafwandlerisch verstanden sein. Da nützt nichts, das Auswendiglernen, das ist absolut vorhandene, ist das symbolische Licht. Bleiben wir mal nur im roten Bereich. Und ich sage dann immer wieder dazu, das Kleinste ist ganz wichtig, dass wir uns denken können, können wir uns nicht mehr denken, weil das so klein wird. Das ist die absolute Implosion. Das ist all. Das ist Implosion. AL. Das ist nichts. Wenn man es bis ins Extrem, bis ins Unendliche klein machen, wird es zu nichts. Und das ist das Ganze, die Gesamtheit, die Ganzheit. Alle. Alles. Insgesamt. Okay? Ja, deswegen sagt man auf das Glas, das ist alle. Richtig. Und jetzt ist es, das ist Kol, und dann kommt AIN, ein, ich schreibe das jetzt mit, wie man es ausspricht, und das ist nichts, das ist nicht vorhanden sein. Das Ganze ist nichts. Das ist klein. Ich sage, dass die Kleinsten, werden zu den Größten. Jetzt machen wir dasselbe, ich spüre mal mit groß, ich tue das nur ganz oberflächlich, das Wort, das Wort groß, beginnt ja mit GR. Wir schauen uns nur GR an, dass du das Prinzip verstehst. Die Großen, wenn was größer wird, irgendjemand an einer gewissen Größe kann ich das ja sehen, zumindest denken. Okay, das sind die Fremden oder der Fremde. Das ist, natürlich jetzt wieder blau gelesen, groß. Das ist das Gehirn, das sich in dir aufblägt und dann sind deine persönlichen Berechnungen da. Das ist das, was du sehen kannst. Du kannst auch dein Gehirn sehen. Mein Gehirn. Gehirn ist Gehirn, es ist was Ausgedachtes. Wenn wir es zu rot schreiben, bleiben wir natürlich, der Geist ist unser roter Kopf, unser Beroschet. Aber ich brauche ja zu dem Kleinen, das alles ist und dadurch nichts ist, Kolain, brauchen wir dann was Blaues. Rot und Blau kann der unteren Wort zusammen. Jetzt pass auf, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ich lasse jetzt einmal das E beim Fremden als Fokal draußen. Okay? Und dann machen wir nur, das F ist ja das P, R, M, das Fremd praktisch. Das ist das P ist gleich PH, den kann Foto, Foto, das Resch und das Mem. Das ist jetzt Fremd, das kann ich Fremd lesen. Die ersten drei Buchstaben von dem Wort Fremd. Schau, da steht jetzt ein Auftrennen, das Auftrennen einer Nord. Du trennst dich jetzt selbst auf. Und dann wird was groß. Das heißt, es müssen Gedanken werden entstehen. Und wenn ich da jetzt ganz, wenn ich jetzt da ganz kurz wieder zurückgehe, dann kommt ja DN und DN, also 450, das heißt der Urteil. Ein Auftrennen ist immer ein Urteil. Oder Fremder, das Auftrennen erzeugt, DR ist die Generation, erzeugt eine Generation. Bist du dabei? Ja. Das ist jetzt, du wirst jetzt schon merken, dieses System, wenn man das drauf hat, mir geht es nicht, dass man das können muss, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass ich dir damit, zuerst einmal, wenn ich dir das mit hunderttausenden von Wörtern mache, diese Vatersprache, da gibt es keinen Zufall. Das ist ein Programm, das ist wirklich eine Matrix, von der alle reden. Jetzt können wir natürlich hier noch den Korban reintun, das Opfer, pass auf, ich mache mal das Opfer, du wirst gleich merken, wieso, das beginnt mit, das schreibt sich mit Kof RB, mit Kareb, da werden wir N hinten dran, ein Nun hinten dran hängen, heißt das Opfer. Denk an mein Weltbeispiel, die Welt, wie ELD, ELD heißt Brandopfer. BR heißt das Äußere. Das ist übrigens, dort ist B, ja unten, wenn du schaust, auch ein V ist. Die VR-Brille, kannst du eigentlich hinschreiben, BR-Brille. Bist du dabei? Ja. BR, das BR heißt ja das Äußere. Ich muss ganz kurz da nochmal das reingehen. Schau, das B, unten ist ja auch ein V. R. Äußeres. Alles Äußere ist das, was du auf deiner VR-Brille siehst. Aber das ist ja jetzt hier, rot geschrieben. Moment, das sind jetzt Fehler, du kannst erst einmal alle Wörter rot und blau machen. Ach so. Aber was du hier ansprichst, ist eine Unschönheit, eine Unschönheit dieses Programms. Du musst wissen, wie dieser Gematrixbrille losgegangen ist. Da muss ich immer wieder reinmachen. Das Programm, ich denke mit einem Andreas aus, der hat das Programm geschrieben. und da ist es losgegangen, du hast keine hebräischen Wörterbücher bekommen. Und dann hat er folgenden Trick gemacht, dass er hier sich ein kleines Programm geschrieben hat und hat die Wörter, es gibt ja Internetwörterbücher, hebräisch, englisch, die hat es gegeben im Internet, aber keine Dateien. Und dann hat er ganz einfach mit einem Programm in einem Internetwörterbuch hat er deutsche Wörter abgefragt. Beziehungsweise hebräische Wörter. Das heißt, er hat jetzt ein Programm geschrieben, das fragt zuerst die Radixbr ab. Im Internet, und da gibt es jetzt Internetwörterbücher hebräisch, englisch, aber kein hebräisch, deutsch. Es hat kein Internet oder irgendeine Datei hebräisch, deutsch gegeben. Und diese Internetwörterbücher haben natürlich auch, du kannst in den Internetwörterbüchern kannst du hebräisch, deutsch abfragen, wenn das Internetwörterbuch das zulässt. Aber die hat es zum damaligen Zeitpunkt nicht gegeben, sondern bloß hebräisch, englisch. Und jetzt hat er folgenden Trick gemacht. Er hat das Wort hebräisch, englisch abgefragt. Dann kommen natürlich einige Wörter, was das Wort auf englisch heißt. Ach so. Und diese englischen Wörterbücher hat er dann wieder rückübersetzt mit einem elektronischen Wörterbuch. Ah, krass. Vom Englischen ins Deutsche. Und dann kommt hier ein Riesenschwall. Das ist das, was da oben steht. Das, was bei Nomen steht, ist eigentlich nicht die korrekte Übersetzung von dem Wörterbuch. Ich passe auf, ich mache es nochmal folgendes. Ich habe ja ungefähr sechs Hebräisch-Deutsch-Wörterbücher da. Schriftlich, Papier. Okay? Ich habe sogar als Faximile dieses Wörterbuch, das Luther zum Übersetzen der Bibel angeblich benutzt hat. Ich rede jetzt normal. Muss ich nicht immer dazu sagen. Genau dieses Wörterbuch steht mir zur Verfügung, das der gehabt hat, um die Bibel zu übersetzen. Ich rede jetzt bloß als Brüssel-Udo ganz normal zu dir. Und wenn du jetzt in diesen ganzen Wörterbüchern, das hochinteressant ist, die gehen übrigens rein bis ins 15. Jahrhundert. Wenn du da nachschaust, hat sich da natürlich einiges verändert. In dem Langenscheid stehen ja Sachen drin, die zum Beispiel im Gesehenus nicht drinstehen. Ja. Und dann groß, da gibt es viele, viele Siegfried und Stahre, das sind zwei dicke Osches, die muss er dann nicht zeigen, das ist ein halbes Bücherregal, nur Hebräisch-Deutsch-Wörterbücher, aber in der Zeit, jetzt ausgedachten Vergangenheit, zurückgedacht. Und du wirst feststellen, dass da in vielen Wörterbüchern was drinsteht, was in anderen Wörterbüchern nicht drinsteht. Aber das ist wie Baselstücke, die zu dem Wort gehören. Das habe ich ja oft erklärt. Was jetzt hier ist, dass hier Wörter in dieser Reihe die da oben Wörter drin sind, die in diesen ganzen Hebräisch-Deutsch-Wörterbüchern nicht drinstehen. Und zwar deshalb, weil nur diese Nomen, diese unter dem Wort, die ersten Rot-Blau-Schreibungen her, ist entstanden, indem mit elektronischen Wörterbüchern durch ein Programm ein hebräisches Wort in Englisch übersetzt wurde und diese Englisch-Wörterbücher, die jetzt auftauchen, ins Deutsche übersetzt waren. Und dann bläht sich das natürlich auf, weil wenn wir jetzt hier was reinmachen, im Englischen, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wenn du da oben zum Beispiel, wenn du dir jetzt den hier aufmachst, warte mal schnell, was mache ich jetzt? Ach, du kannst dir das vorstellen, wenn du den Google-Übersetzer raufmachst, dann hast du, wenn du jetzt ein englisches Wort übersetzt, ist er hier oft nicht nur ein einzig, ach, pass auf, wir machen das ganz einfach so, mir fällt jetzt nichts ein, siehst du, jetzt habe ich wieder die Situation, ich will jetzt den Amaretto wieder was erklären, du geh doch ganz einfach, wenn du jetzt zum Beispiel Leo aufmachst, mir geh mal ein englisches Wort ein, kommt dir ein ganzer Schwall von Übersetzungen. Ja. Jetzt bist du dabei. Und das verteilt sich dann, wenn ich es wieder in eine andere Sprache übersetze. Wenn wir jetzt dieses eine englische Wort bei uns denken, das wäre dasselbe mit einem englischen Wort. Wir machen in Leo, gehen wir ein englisches Wort ein, dann kommt ein ganzer Schwall von Übersetzungen. Diese ganzen Übersetzungen, die jetzt angegeben sind, übersetzen wir dann ins Deutsche. Jetzt passiert aber Folgendes, wenn du ein deutsches Wort eingibst, in Leo, und würdest das auf Englisch übersetzen, kommt ein ganzer Schwall englischer Wörter. Ja. Und er hat jetzt Folgendes gemacht, er hat praktisch hier das hebräische Wort eingegeben, dann kommt ein Schwall deutscher Wörter und jedes dieser deutschen Wörter hat er dann wieder übersetzt. Und dann kommen natürlich viele Unterformen, die normalerweise direkt gar nicht mehr mit dazu in Verbindung stehen. Kann hier passieren. Und diese Wörter, die hat er hier dann, die da rauskommen sind bei dem Akt, die hat er hier dann eingetragen. Das ist mit einem Programm entstanden, nicht mit der Hand. Verstehst du, das war ein kleines Programm, das das selber generiert hat aus sich. Und dann ist er hier und die sind alphanumerisch geordnet. Und dann habe ich gesagt, Menschenskind, dann, das war das erste Urprogramm vom Gematrie-Explorer, das ist so hinderlich, weil die dann alle durcheinander sind. Es wäre sinnvoll, wenn man jetzt wüsste, was in den normalen Wörterbüchern drinsteht. Und dann haben wir gesagt, okay, er hat dann alle Wörter, die Wörter, die hier rot eingefärbt sind, die findest du in den klassischen hebräisch-deutsch-Wörterbüchern. Und die, die überbleiben, das sind praktisch so Rückübersetzungen. Hast du das verstanden jetzt? Den ersten Teil vom Satz bitte nochmal. Also pass auf, da waren jetzt durch diese Rückübersetzungen kommt ein Riesenschwall von Wörtern. Und diese Wörter wurden hier alphanumerisch angezeichnet. Das ist Programm generiert. Und dann irgendwann, nach einigen Jahren, jetzt in der Zeit gesprochen, ist dann das erste hebräische, die Datei mit hebräisch-deutsch-Wörterbüchern aufgetaucht. Die waren natürlich hier alle dabei. Dann habe ich gesagt, das wäre sinnvoll, wenn man das sehen könnte, welche dieser Wörter auch in hebräisch-Wörterbüchern drinstehen und nicht bloße Rückübersetzungen sind. Ach so. Und dann hat der Andreas ein kleines, das Programm umgeändert, dass die Wörter, die du jetzt auch in hebräisch-Wörterbüchern findest, dass die rot eingefärbt werden. Ach so. Aha, merkst du, da ist immer wieder ein Wissen im Hintergrund und erst, wenn man das weiß, weiß man, warum das so ist. Okay? Mhm. Das heißt, alles, was hier oben rot ist, hat nichts mit unserer roten Farbe im klassischen Sinn zu tun, sondern das, die Wörter findest du auch in irgendwelchen, nicht unbedingt in jedem, aber diese Wörter sind in irgendwelchen hebräisch-Wörterbüchern drin. Dasselbe gilt natürlich jetzt bei den Farben unten. Jetzt das Grüne, das Grüne hier unten, da hat er lange, da muss der knacken, weil die Inzagluri-Akademie, dieser von Thunin, den ich mir jetzt ausdenke, der hier das Denach-Programm geschrieben hat, das ist zwar kostenlos und er hätte es gern gemacht, aber da gibt es Satzungen von dem Inzagluri, dass die, die da deine draus dürfen, die sind verschlüsselt, hat natürlich, der Bruno hat es geknackt, das hier unten, wenn du diese Radix in den Denach eingibst, dann zeigt der Denach das als Übersetzung auch. Mhm. Pass auf, machen wir ganz kurz auf. Denach, müssen wir jetzt gar nicht so viel rumtun, wenn wir jetzt hier, wenn wir hier aufmachen und ich mache das beroschelt, siehst du das? Ich lasse das beroschelt übersetzen, halt, sorry, dann hast du hier im Anfang in, Anfang, Erstling, Beste, Erstlings, Such von, bis hierher, das hier, egal welche Radix wir jetzt machen, alles was hier schwarz geschrieben ist, bis zu den Extern, das ist externes Wörterbuch heißt es. Das zeigt, das ist jetzt eine von jüdischen Gelehrten, ich rede jetzt raumzeitlich, Rotterdam, die Itza-Gluria-Kabbala-Schule, die übersetzen es so, darum sage ich immer wieder, wenn ich das Grüne jetzt nehme, das sind original jüdische Gelehrte, die diese Radix, so in der klassischen deutschen Übersetzung wird, je nachdem, an welcher Stelle dieses Wort auftaucht, das ist so übersetzt. Mhm. Okay? Also ich habe die ganze Zeit auch gedacht, dass dieses Grün auch irgendwas mit der Schreibweise, mit der Denkweise zu tun hat. Nein, das hat er nur Grün gemacht. Das Grün ist einzig und allein aus dem Denach-Programm, darum sage ich immer, wenn ich das kurz anspreche, so diese Radix, wenn auftaucht, auch in einer hebräischen Tageszeitung, kann das, was da unten steht, so wird es übersetzt. Je nach Kontext. Ja, jetzt hätte ich das hin. Weil ich hatte schon richtig Bammel, so es gibt ja auch Texte, da ist noch lila und gelb und alles. Alter, pass auf, pass auf, ich erkläre dir, das wurde ja sehr spät erst hinzugefügt. Ja. Die Schwierigkeit ist außerdem, dass dieses Programm hier ist nicht mit Unicode oder Standard geschrieben. Du kannst hier zum Beispiel das zwar kopieren und innerhalb dieser Kopien im Programm arbeiten, aber du kannst das nicht reinziehen in ein normales Dokument, weil das hier, auch hier, das kannst du zwar, wenn du da was machst, das ist kein Unicode, das ist eine eigene Norm, das ist also nicht, ist nicht kompatibel mit irgendwelchen Windows oder Standard-Internet-Schriften. Ah, krass. Okay? Und das gilt, dasselbe gilt für das da unten. Das heißt, nachdem er das entschlüsselt, nachdem er den Code geknackt hat, weil das ist, ist verschlüsselt, diese Dateien. Mhm. Das Wörterbuch, wo in dem Programm drin ist, kannst du nicht einfach anschauen. Das ist verschlüsselt und er hat das geknackt und dann hat er das da mit dran gehängt. Okay? Das war jetzt aber noch nicht so lange drin. Das war jetzt der erste, der Uhr, die ist da oben, war zuerst einmal nur alles blau mit Rückübersetzungen, dann haben wir irgendwann einmal ein reines Hebräisch-Internet-Datei gefunden im Internet, nach Jahren, dann hat er hier die, die in der Internet-Datei in den Wörterbüchern drin waren, hat er dann rot eingefärbt, dass man genau weiß, wenn es rot eingefärbt ist, das steht auch, schau, das Reinigungsmittelbar heißt nicht Reinigungsmittel, das kommt von Reinheit und in Rückübersetzung kommt dann der Reinigungsmittel raus. Ach so, ja. Okay? Und der Balken, die Bar, hat nichts zu tun mit der Bar, mit dem Nachtlokal, sondern das Wort Bar ist entstanden in alten Wärtshäusern. Wir reiten zum Beispiel mit unseren Pferden und wir kommen an ein altes Wärtshaus, wo wir übernachten wollen oder was trinken wollen oder was essen wollen und da hat man irgendwann jetzt in der Ötymologie, wir bauen jetzt übrigens Vergangenheit auf, das musst du dir bewusst sein, ich gehe mich mit Worten in die Vergangenheit, da hat man dann irgendwann einmal den reinen Schankbetrieb, wo nur was ausgeschenkt wurde und wo Leute was essen wollten, hat man mit einem Barren, mit einem Balken getrennt und da kommt das Wort Bar her, ötymologisch, laut Wörterbüchern. Okay? Und da wird natürlich aus der Bar dann plötzlich in einer Rückübersetzung ein Bistro. Achso, ja klar. Verstehst du, wenn das Wort Bar überbegriff Bistro hat überhaupt mit dem gar nichts zu tun, das kommt aus dem Wort Barren, Balgen. Das sind alte Wörterbücher, die nennen ja den Balgen einen Barren, eine Kurzform ist Bar davon. Okay? Dann die Reinheit ist ja schön, in deinem Kopf ist eine Einheit. Da könnte ich jetzt sagen, da passt das Rotgeschriebene, wenn wir nach dem anderen Strichchen reinmachen. Also das ist jetzt klar. Okay? Ja. Jetzt kommen wir da runter zum Kommentar. Der Kommentar, was hier Kommentar heißt, das ist hier das Extern. Das ist das, was ich gemacht habe. Jetzt ich meine nicht den Udo. Ich habe jetzt hier ein externes Wörterbuch angelegt und habe zuerst einmal, was in dem Extern drinsteht, Quere heißt, lies es so. Das ist ein Begriff aus der hebräischen Grammatik oder der Lehre. Quere ist das hebräische Wort. Lies es auch so. Also lies, wir müssen da wieder rein. Schau, da kommt jetzt Quere, lies, be-rash-it. Das heißt, in diesen Kopf. Jetzt mache ich die Übersetzung im Kopf. Ist eine plus minus intellektuelle Erscheinung. Hier unten wiederum kann ich nur zwei Farben einstellen in dem Denach-Programm, nämlich dieses dünnere, die Tricks und Rot. Das muss man in dem Denach-Programm. Das ist ein ganz eigenständiges Satzort. Also so war es früher. Mittlerweile kann man alle Farben einstellen. Das war ja, wie das geschrieben wurde, war ja noch das Denach-Programm 1. Wir sind ja mittlerweile bei Version 5. Da ist aber, die Ur-Substanz bleibt gleich. Du kannst nach wie vor nichts rauskopieren. Das heißt jetzt hier, ich habe, das Extern ist immer rot in dem Denach-Programm und ich kann aber was so gräulich einstellen. Das muss ich mit Codezeichen muss man das dann programmieren. Okay? Das heißt jetzt hier, da mache ich jetzt eine kleine Erklärung dazu in dem Quere. Jetzt mache ich da nochmal eine Erklärung. Das ist B-rash. Wenn du B-rasch heißt ja im Kopf, Rash, eigentlich spricht man das ja Rosh aus, aber das Aleph, hier die Zeichen, da kann ich auch keine hebräischen Zeichen reinsetzen, das geht mittlerweile übrigens auch, war aber in der alten Version nicht möglich, wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich eben das so festgelegt, dass ich zum Beispiel, da habe ich irgendwo ein Sain, dass ich hier weiter runterfahren passt, aber, dass ich hier eine kleine Erklärung dazu geschrieben habe, nochmal mit einem kleinen Unterkommentar. Ich habe halt so hier ungefähr, glaube ich müsste ich anlegen, 37.000 Wörter in dem Denach-Programm habe ich einen Kommentar dazu geschrieben mit der Hand. Das ist das hier. Das ist das hier. Der Witz ist, das war, siehst du ja nur rot, das heißt, wenn du das jetzt rausdust, das ist eine Textdatei, da wird dieses Grau erzeugt, indem ich da nur Sonderzeichen dazwischen mache. Das ist so, wie wir bei Skypos eingehen. Du weißt, die Sternchen nach einem Wort machen das fett. Genau so ist es, das ist prinzipiell rot, also hier in dem Ding ist es dann, in der Textdatei ist es schwarz, ich könnte dich ja mal in die Textdatei reinschauen lassen, aber das können wir uns ersparen. Und dann kann ich durch Sonderzeichen kann ich das dann so leicht eingrauen. Diese Datei habe ich dann in Andreas gegeben und da war das natürlich hier nur schwarz, wie ihr das reingehängt habt. In einer älteren Gematrie-Explorer-Version, da haben wir ja jetzt auch mittlerweile, ich weiß nicht, welche Version, da 396 ist das mittlerweile. Ich habe denen nur die Dateien gegeben. Der hat es dann zusammengebastelt und dann kommt irgendwann einmal, wo wir sagen, Mensch, verdammt, da wäre es nicht schlecht, wenn wir da rot-blau hätten und jetzt ist es da, stimmt jetzt, schau, das ist ausgebessert. Und dann hat er, weil das ja nur eine Textdatei ist, hat er ein kleines, hier in diesem Abschnitt, ein eigenes Programm in seinem Programm reingeschrieben, das ist nochmal nur eine Textdatei in Schwarz, dass, wenn hier auf Zeichen querre, macht er das automatisch rot, okay? Und zwar bis zu dem Zeichen plus querstrich. Ab dem Zeichen minus bis zu dem Endzeichen macht er es blau. Dass das plus minus, wo ich geschrieben habe, das haben wir dann, der Witz ist, ich habe tausende von Einträgen, wo ich zwar da ein Kommentar dazu geschrieben habe, aber ich dieses Schema nicht konsequent einhalte. Dass ich weiß, wenn ich mache, von dem Anfang an, von Quere bis zu dem Pluszeichen, muss es rot sein, querstrich minus, bis zu den Schlusszeichen muss es blau sein. Und dann kann ich mir wieder Anführungszeichen bis zum Pluszeichen rot, Minus bis zum Endzeichen blau. Da funktioniert es jetzt. Das ist aber, bei Elternsacken halte ich das Schema nicht genau ein und dann ist das Minus auch rot geschrieben. Müssten wir jetzt einfach bloß ein paar Worte angeben. Halt den Kopf. Bis natürlich jetzt wieder Schau. Ja, da ist auch schon, also es sind mehrere Zeichen, wo das immer rot ist, obwohl ich hier da oben dann das eigentlich nicht blau sein müsste. Okay, verstehst du das ungefähr? Ja, also diese Zeichen, wie jetzt Plus und Minus, sind eigentlich so eine Art HTML-Codes. Das Rot ist immer geistig. Das ist B, heißt im Kopf, siehst du BR, rot geschrieben im Kopf. Ja. Wenn wir BR blau machen, ist es eine blaue Berechnung, polare Berechnung. Aber jetzt diese, hinter dem Kopf, dieses Plus, ne, und dann kommt ja Schrägstrich Minus. Das heißt, das ist verbunden und Minus, Schrägstrich Minus ist die Blauleseart. Also das ist jetzt, schau da unten hin. Diese Buchstaben haben hier diese Symbolik. Aber ich meine jetzt, bei dem Plus unten, wenn wir jetzt mal die letzte Zeile unten angucken, dieses Plus ist quasi nur eine Befehlseingabe? Richtig. Ach so. Hier, ich habe zwar Plus, Plus steht für Rot und Minus steht für die Schrägstrich. Kannst auch zusammen, Rot ist ja alles zusammen, ist ja nicht denkbar. Schau, wenn ich jetzt zum Beispiel DA eingib, das ist ja so eine Sache, ich sage immer wieder, wenn was nicht existiert, ist es trotzdem da. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt DA eingib, und ich mache jetzt das Rot, dann heißt es geschlossen, und A heißt Schöpfer oder Schöpfung, dann könnte ich jetzt zum Beispiel lesen, eine geschlossene Schöpfung. Es ist immer noch da. Es ist geschlossen im Schöpfer. Und in dem Moment, wo ich da, das Wort da, als existieren nehme, komme ich in den getrennten Bereich, dann hast du es an der geistigen Oberfläche geöffnet, das ist die Schöpfung. Das heißt, das Blau geschriebene da heißt existieren, ist nur ein anderes Wort für existieren, und das Rot geschriebene da ist geschlossen im Schöpfer. Das ist eigentlich im Meer, aber es ist keine Welle. Und dann gibt es ja noch so eine Wellenzeichen und ist größer als, und so, sind das auch alles nur Befehlseingaben? Nein, hier, das ist jetzt nur, das ist jetzt nur die Welle, hier die Welle zu machen. Da will ich Ihnen zeigen, dass das da unten eine geöffnete Schöpfung ist eine Welle. Das ist übrigens auch, da ist am Anfang sie nur Striche entstanden. Erst ab einer gewissen Zeit, wo ich Sachen eingegeben habe, habe ich dann mich einheitlich an eine Normierung gehalten. Ich habe dann sehr viele nachgebessert, aber nicht die ganzen paar oder 30.000, wo ich eingegeben habe. Mittlerweile ist das ja so, erweitert, der Redo hat sich hingesetzt, der hat den kompletten Langenscheid. Moment, ich muss nachlesen. Im Langenscheid sind 30.000 Hauptstichwörter drin und insgesamt bestimmt über 50.000 Unterbegriffe, wenn du es durchblätterst. Ich habe nur den Langenscheid, die Hauptstich, wenn du einen Langenscheid einmal aufmachst, da ist er immer ein Grundratiges Wort und dann kommt ja oft eineinhalb Seiten, oft eine Seite Unterbegriffe, die mit dem Wort zusammenhängen. Das sind das nur, die Hauptbegriffe eingegeben worden. und der Redo hat dann komplett den kompletten Langenscheid mit der Hand eingegeben. Das geht nur mit Programm. Das geht nur mit Programm. So was würde den Langenscheid gibt es nicht als Datei, das ist geschützt. Und dann kommt natürlich hier, dann kommt noch der Dip, der Redo hat für sich dann selber diese Dip-Datei, siehst du, hat er das dann die Farben auf die Hand gepasst, das müsste man jetzt, je nachdem, was für Würde du halt hast, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich gehe mal ganz kurz noch mal den Kareb, also Korban heißt Opfer. Okay, das ist was meistens mit Opfer übersetzt. Eine Darbringung, jetzt pass auf, interessant, Kor selber und Ben, da haben wir ja den Ben hinten und wenn du das Kor magst, das ist eine affine Berechnung, Blau, darum nenne ich das immer so und das ist das Wort für Kalt, fleckig. Jetzt ist wie alternieren, bei Kalt denkst du immer an alternieren, Alt ist alternieren, Kalt. Und dann erzeugst du natürlich irgendwelche Facetten in dir und die symbolisieren wir mit Ecken und wird es dann fleckig, wenn du alternierst. Sehr interessant übrigens, sehr interessant ist das Wort Mauer oder das Wort Wand, wenn man das wieder rückübersetzt, aber ich will da nicht so weit reingehen, dann haben wir praktisch hier eine kalte polare Existenz und kalt, ja ich will jetzt da nicht so ins Detail gehen, was mir wichtig ist, was ich dir zeigen wollte, dass also hier, schau her, da habe ich jetzt so eine Situation, da habe ich geschrieben, Quere, eine affine Rationalität mit der Welle müsste eigentlich blau sein, das ist nicht blau, weil wir hier vorne nicht dieses hinten, dieses Plus stehen haben, mit dem Querstigen, das ist noch eine alte, eine alte Eingabe von mir, schau, Kalt alternieren, das müsste normalerweise, das T hinten müsste blau sein, kal rot, dann plus Querstrich minus T alternieren, verstehst du mich? Und in der Tippdatei hat der Redo das jetzt ausgebessert, siehst du, das widerspricht sich hier, kal heißt Gott wie nichts und jetzt macht er das halt einfach bloß auf und dann kommt die Erscheinung, regiert das alternieren, aber hier oben, schau, das widerspricht sich, weil das ist noch so eine meiner ersten Eingaben und da hier ich mich an die Norm nicht gehalten habe, wenn ich das Kal mach mit Plus Querstrich, das davor ist rot, ist das hier komplett rot geschrieben. Jetzt sind wir dabei. Und was in dem Kommentar aber wichtig ist eigentlich, ist das erstmal hier diese Wörter, wenn da welche sind, das sind die, die auch im Langenscheid noch mit drin sind. Das sind ja viele Wörter, modernere Wörter, zum Beispiel, wenn wir den Mechschep nehmen. Schau, das ist der Computer, Datenverarbeitung, elektronische Rechnungsführer. Der Rechnungsführer, den findest du natürlich hier in die Elternwörter, den Computer findest du in die Elternwörterbücher nicht. Das Wort Mechschep, das Wort Computer ist auch in Mose drin. Das ist der Rechnungsführer vom Pharao. Das ist dasselbe Wort, das heißt, in der Bibel steht das Wort Computer. Ist natürlich logisch, sagt jetzt der zeitlich denkende Mensch, die hatten ja damals noch keinen Computer, aber der Rechnungsführer wurde dann in der modernen Zeit zum Computer. Und selbst der Rechnungsführer hier, die Juden übersetzen das eigentlich gar nicht so. Und das rechnend, abrechnend, planend, berücksichtigend, das ist jetzt das von den Juden. Das hier, Computer und Rechnungsführer findest du in jedem modernen Wörterbuch bei diesen Wörterbuch schau. Und da ist jetzt diese, praktisch die Denach-Übersetzung und hier beim Kommentar siehst du in Schwarz, wenn du hier in der Kommentarzeile was Schwarzes hast, das steht hundertprozentig sicher im Langenscheid. Das sind nur meine Query-Übersetzungen aus dem Denach. Okay? Und du merkst jetzt, dass man hier viel erklären muss, diese komische Farbgebung hier oben, die eigentlich nicht richtig passt, da wäre es sinnvoll, die hätte man zum Beispiel schwarz gemacht. Oder die blau und die schwarz. Wenn jetzt die blau eingefärbt werden und die schwarz, das wäre sinnvollere Darstellung. Aber das dürfte ja eigentlich vom Programm her gehen, oder? Denke ich mir, gerade dürfte kein Problem sein. Müsste der Udo jetzt aber beim Andreas anrufen und sagen, das soll er einen machen. Das hätte ich schon vor Ewigkeit machen sollen, aber wieso? Schau, jetzt habe ich dir so eine schöne Sache erklären können, da wäre ich ja schon wieder mit was nicht einverstanden. Weißt du, wenn sich das ergibt, das wäre jetzt ein Nicht-Einverstanden sein mit dem, was es, weil ich es besser machen will. Es geht nicht darum, dass du die Sachen besser machst, sondern dass du lernst mit dem Einverstanden ist, was ist. Was ich hier unten gemacht habe, das ist was anderes. Diese Verbesserung bezieht sich nicht auf, das will ich nicht mehr und das will ich, das erkläre ich zurzeit immer wieder. Ich tue mal wieder mein Bild hermachen, ich glaube wir lassen das. Du merkst nicht schon, und die Dips jetzt, die haben sich extrem erweitert, das hat nur bei der DIP-Datei, der Redo hat sich eine Datei angelegt, wo sämtliche Holofeeling- Schriften drin sind. Und immer wenn er jetzt, er hat sich dann die Mühe gemacht, jeden Suchtbegriff, den Suchtbegriff abzusuchen, die ganzen Holofeeling- Schriften, wo diese Radix vorkommt, wo ich die irgendwo erkläre und hat dann diese Erklärungen hier, wenn sie sinnvoll war, hier in den DIP mit reingeht, Programmiert. Der Redo arbeitet seit Jahren, von morgens bis abends an diesen Dateien. Er macht nicht das Programm, er macht nur die Dateien und gibt ihnen Andreas weiter und dann kommen immer wieder Updates. Krasser Scheiß. Ja, die arbeiten, ich sag ja, bei dir ist dasselbe im Grün, du wirst irgendwann einmal auch sagen, ich arbeite nicht für Gott, ich glaube nicht an Gott, ich arbeite für ihn. Ja, aber glücklicherweise auf die nicht technische Art habe ich doch. Also es ist gut. Amaretto ist Amaretto. Ja, eben. Also das ist auch da. Bücherregal und da ist auch solche Sachen, dass das JCH, der steht vor dem Bücherregal. Wenn der das Bücherregal sieht, zieht er Bücher und jedes Buch ist ein Chat. Und in dem Moment, wo du als JCH ein Buch in die Hand nimmst, okay, und schaust dieses Buch an, das ist auch ein Chat, ziehst du die anderen Bücher nochmal. Aber jetzt wird es interessant, in dem Moment, wo du das Buch aufschlägst und irgendeine Seite, wie alt bist du jetzt als Amaretto? Boah, gute Frage, 35 vielleicht. Okay, jetzt pass auf, in dem Moment, wo du das Buch aufschlägst, die Seite 35 aufstellst, dann ziehst du nur die Seite 35. Ja. Aber der Witz ist, das ist ja auch noch ein Chat. Und dann tust du, wenn wir jetzt die Zahlen als Monat meinetwegen nehmen, wir müssen jetzt, das ist natürlich feiner gestuft, aber du weißt, was ich meine. Du schaust jetzt den heutigen Tag an, dann ziehst du jetzt gerade in dem Moment dieses Skype-Gespräch. Aber dann ziehst du schon nicht mehr das Buch oder die Seite. Das heißt, in dem Moment, wo du Bilder machen musst, musst du dich in diese Struktur hineinfokussieren. Du konzentrierst dich und darum ist die höchste Form von Konzentration Materie. Darum kann Materie immer nur hier und jetzt existieren. Erinnere dich an mein Beispiel mit Wirklichkeit und Wahrheit. Alles, was du denkst, wir haben zwei Möglichkeiten. Du kannst was feinstofflich denken, das kannst du um dich herum in Raum und Zeit verstreuen. Du kannst dir auch jetzt was denken, was feinstofflich ist, zum Beispiel, wenn du jetzt an deine Augen denkst. In dem Moment, wo du mit den Augen zwingerst, werden sie sinnlich wahrgenommen. Ich könnte sagen, dann werden sie schon materialisiert. Du siehst sie zwar nicht, aber du spürst sie sinnlich wahrgenommen. Und jetzt ist es so, sinnlich wahrgenommene Information ist hochkonzentrierte Information und hochkonzentrierte Information kann immer nur hier und jetzt sein. Mein Beispiel ist, wo ich es seit 20 Jahren erkläre, es ist unmöglich, dass du hier morgen Abend oder heute Abend in dein Bett gehst. Du kannst es jetzt denken, aber weil du dir diesen Vorgang, den du dir jetzt denkst, räumlich und zeitlich woanders hin denkst, ist es nur feinstofflich. Wenn du das materialisiert erleben willst, dann musst du sagen, hier ist mein Wohnzimmer, vor mir auf meiner Fahrerbrücke ist das Bett und du musst in dem Moment an deinen Körper denken, den du spürst und das geht immer nur jetzt. Es hast ganz wichtige Erkenntnis, eine sinnlich wahrgenommene Information, ob jetzt das hier ein Glas ist, ein Tisch ist, das sind die Sachen optisch auf der VR-Brille, ob du das Geräusche wahrgenommen hörst, du hörst Vogelzwitscher oder Rasenmäher oder was auch immer und du hast den Eindruck das kommt von außen, weil es von die Ohren kommt. Die Ohren sind im Prinzip das akustische Spiegelbild von der VR-Brille in meiner Metapher. Das heißt, du musst ein Signal in der Cochlea im Ohr haben, dann hörst du das und hast den Eindruck, es kommt von außen, wenn es auf der VR, denk an die VR, V ist gleich B, das Äußere, was optisch auf der VR-Brille ist, meinst du, das ist da außen, was in deinem Ohr ist, als Geräusch, in der Cochlea, meinst du, das ist da außen, kommt von außen, oder natürlich auch, ich gehe bei sinnliche Wahrnehmung, auch Gefühle, dass du Hunger hast, in deinem Magen, ist mit dem Magen verbunden, all diese sinnlichen Wahrnehmungen können immer nur jetzt sein. Es hat in der Vergangenheit keine Materie gegeben, Materie, wie du Materie nennst, diese sinnlich wahrgenommene Materie, das Gefühl von Gewicht, kann nur jetzt unmittelbar hier und jetzt sein, okay? Feinstofflich kannst du dir natürlich auch den Eifertum nach Paris denken, aber weil du woanders hindenkst, ist er nur feinstofflich. Das heißt, alles, was du dir räumlich oder zeitlich woanders denkst, das denkst du natürlich auch hier und jetzt, aber weil du dir das woanders hindenkst, kann das in dir nur feinstofflich in Erscheinung drehen. Wenn du was materialisieren willst, ist das auch hier und jetzt, aber dann muss es optisch auf der VR-Brille in Erscheinung treten oder akustisch in der Cochlea im Ohr. In diesen ausgedachten Ohr und in diesen ausgedachten Augen, wobei die Augen hast ja Becken und dann kriegst du ja schon wieder den Sprung, dass die polaren Ecken, das ist die VR-Brille, wenn ich es immer so mache. Was jetzt übrigens für dich interessant ist, wenn ich jetzt einen Spiegel nehme, unser Kant, meinen Kantenspiegel, wie ich das ja nenne, schau, wenn du das ja nur flächig siehst, ist ja die Kante gar und die Tiefe gibt es ja gar nicht. Es ist beides gleichzeitig. Es ist immer wieder, aber diese zwei, den Unterschied, den wir hier machen, auf dem Bild selber, den Unterschied, das ist jetzt zwei, mir dein, das sind zwei Hälfte, mein Buch, wenn ich immer, die zwei Seiten, wenn du ein Buch hast, siehst du das Buch und du hast einen Hintergrund. Wenn wir das Buch jetzt aufklappen, muss ich mal einen Unterschied. In dem Moment, wo ich das Buch aufklappe und ich mache jetzt das einmal so groß, siehst du, die zwei Seiten, dann hast du rechte Seite, linke Seite. Wenn du jetzt aber lesen willst, musst du wieder bloß eine nehmen, verstehst du? Dann hast du jetzt plötzlich viele Zahlen und dann, das ist, du brauchst immer einen Unterschied und der Stereoeffekt, das sind eben die zwei Quartere, die Lucot, das ist übrigens auch so extreme Fehlübersetzung, das ist diese zwei Gesetzestafeln, keiner begreift, was ich damit ausdrücken will, da steht im hebräischen Original, steht da bloß El Chet Taf, diese zwei Gesetzestafeln, ich sage, das ist komplett verkehrt übersetzt, aber da müssen wir jetzt so weit ausholen. Kleiner, das ist sekundär, mach das, was du zur Zeit magst und du magst es gut und weißt du, wieso du das gut magst, nicht, weil ich den Amaretter lobe, sondern weil ich dir das einfallen lasse, ich benutze dich doch bloß und es geht aber nicht um den Bröseln, den du erklärst, mir ist wichtig, dass du dich selber beobachtest und dass man irgendwann einmal merkt, dass das Bessermachen ist immer so eine Sache, das klassische Verbessern in den ganzen Religionen ist, ich muss das Böse, den Satan bekämpfen, dass ich das Gute kriege, ich mache es so, ich habe das nicht begriffen, du wirst nicht den Berg des Bewusstseins besteigen, wenn du sagst, wir müssen zuerst einmal das Loch wegmachen und dann komme ich auf den Berg, weil wenn du das Loch wegmachst, ist der Berg auch weg, du wirst nicht heil, indem du die Krankheit bekämpfst, habe ich so oft erklärt, Gesundheit ist nicht Heiligkeit, der Heilungsprozess passiert in dem Moment, wo die Krankheit sich auflöst, es ist die verwechselndes Wort gesund mit Heil und heil kannst du nicht werden, das bist du schon, das bist du immer, selbst wenn du es vergisst, aber du kommst halt dann in dieses ewige Spitz der Lebendigkeit, wo nichts verkehrt läuft, und das zeigt das, dass man wirklich sich immer wieder bewusst machen muss, ich kann nicht den Zustand erreichen, der ich schon bin, ich kann mich bloß wieder erinnern, das heißt, du gehst zuerst in die Vergessenheit, das ist wie so dieses Baby, das Baby, das mir symbolisch als ich denken, ist ja eigentlich nur ein Ding, da ist noch kein Wissen, kein Schwamm Inhalt drin, dann saugst du dich voll, auf der Höhepunkt deines Wissens wirst du merken, oh, wie viel Scheiß habe ich eigentlich in mir drin, dann wetschst du dich wieder aus, und dann kannst du dich wieder neu versaugen, und das Problem ist, wenn einer sein Wissen nicht austauschen will, auch das Wissen, das sich direkt gibt, ist nur vorläufig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ja, dass immer das Gefühl, das wäre, wenn du nicht in der Zeit leben würdest, wäre das nicht, aber das ist eben Zeit, das ist wie ein- und ausatmen, das ist wie Hunger und Satt, du hast eine Phase, wo du gefressen und gefressen hast, und jetzt bist du, du hast festgestellt, du wirst wieder hungrig werden, pass auf, ich mache mal den Redo, der Redo ist Monate, nur in Denach, er sagt, irgendwann mal, da ist eh jedes Wort, das stimmt eh immer, der hat tausende und zigtausende von Wörtern hat er jetzt eingegeben und sich genauer angeschaut, hat es dann in seinem Programm, die Wörter, wo stehen die irgendwo in den Ohren Wahrungen, ganz für sich allein in seinen stillen Kämmerchen, ein Arbeitstier ohne Ende, du musst wissen, der Redo, ich habe das schon mal erzählt, er war ja Badabahn in der Schweiz, diese Figur jetzt in seinem Leben, und der hat elektronische Anlagen gemacht, war beamtet in der Schweiz und dann mit Holopheling, ich sage, lass es laufen, dann hat er die Diana kennengelernt, das ist eine Geschichte für sich selber hochinteressant, was ich da gematcht habe, auf eine göttliche Weise, wo die zwei mit gekriegt haben, und dann kommt irgendwann noch mal der Punkt, so wie bei mir im Geschäft, ich sage, lass es laufen, wenn es so weit ist, dann sagt er, das bin ich noch mal, und dann hat er gekündigt, dann haben natürlich seine Eltern sich aufgeführt, weil wie geistlos muss einer sein, der in der Schweiz beamtet ist und dann kündigt und der Amtstatus verliert, aber das ist nicht gewesen, weil er was wollte, sondern sagt, das bin ich noch mal, jetzt muss man noch dazusagen, der Redo sagt, ich bin jeden Morgen gern auf die Arbeit gegangen, ich hatte nur einen einzigen Chef und das war ganz nebenbei noch mein bester Freund damals, wir hatten ein super Arbeitsklima, mich hat die Arbeit überhaupt nicht angekotzt, aber irgendwann einmal sagt er, das ist für mich, ich habe nur gefiebert, dass ich abends wieder einen Computer kann und kann solche Sachen machen, ich würde es den ganzen Tag lieber machen, ich bin das nicht mehr, und da kommt ja der schöne Satz in meinem Sefer Maimonides, all die hebräische Weisheitsschrift, wenn du von morgens bis abends mit Dorr stück ist, werde ich der Tod nicht finden und es wird jeden Tag genügend zum Leben da sein, und da hat er die Reifestufe gekriegt, dass er gekündigt hat, nicht weil das angekotzt, sondern weil er sagt, nee, das bin ich noch mal, das ist ein Lebensabschnitt und Zukunft habe ich ein bisschen was von Udo verstanden, morgen um 10 gibt es kein Freibier. Höre ich das nur und erscheint mir das Beispiel logisch, dass morgen nichts existieren kann, dass alles was jetzt aber ist es wirklich installiert und wenn sich das jetzt an als Kaufmannsdenken beweisen will in deiner Situation dann fällt es auf die Schnauze hin. Das ist da muss man wirklich ein ganz drum sage ich lass das mal mach das als Amaretto in deinem Leben als Jahren was das Leben dir vorschreibt und das Leben fordert immer wieder Entscheidungen von dir mit der Tochter und so weiter und so fort und da ist Verantwortung da innerhalb dieses Programms die natürlich diese Verantwortung ist lächerlich mit einem anderen Programm weder wichtig oder sogar schädlich mit einem anderen Programm aber in dir läuft halt jetzt das Programm also du dem Programm genüge und wenn du Entscheidungen treffen musst das quält dich geist ich rot ist ich natürlich weil du läufst ja noch mit dem blauen Programm Amaretto und ich sage immer wieder wo ist dein Problem du hast doch nichts zu tun du der jenige der sich den Amaretto ausdenkt das Problem hat der Amaretto der wiederum kein Problem hat weil er nur ein Gedanke von dir ist jetzt sagst du ja aber dem Amaretto seine Probleme sind ja meine Probleme ich sage selbst der Amaretto ist was vorgelegt ist nicht nur dem Amaretto seine Probleme ok und was du jetzt tust als der Geist der träumende Geist oder der Leser der Leben vom Amaretto ist du liest einfach weiter und schaust in welcher Situation wo der Amaretto hin und her trammelt was mache ich wenn ich das mache könnte passieren du schaust wie hin und her trammelt aber du musst ja weiter lesen du kannst nicht immer nur die Zeile wiederholen was mache ich jetzt du liest weiter und schaust was der Amaretto in dem Leben macht und du siehst was er sich damit einhandelt lernen du doch nicht diese Figur Amaretto sondern der Leser also merkst du die Probleme hat nicht der Leser die Probleme der Hauptrolle in dem Buch die er annimmt als Leser und dieser Amaretto selber der hat keine Probleme weil er nichts wahrnehmen kann du nimmst das wahr durch die Augen des Amaretto durch das Gefühlsinterpretationssystem vom Amaretto genau genommen vom Jan und das wenn sich installiert was du feststellen wird vieles leichter und du hast noch wie ich zu meinen anderen Jahren gesagt hab und das hat ein verstehst er schraubt das Buch der Buchstaben seinen Entschöpfungsschlüssel und er weiß da ist kein was drin was ich nicht übrigens selbst nicht mal ich rede nicht damals Inspirator der war ja oft über Jahre fast jedes Wochenende bei mir da was ich nicht im Beispiel der hat eigene Worte hat er super gemacht das ist inspiriert gewesen das war heftig ein komplett eigener Stil aber die Grundprinzipien die er mit seinen Worten die ihm eingefallen sind beschrieben hat die hat alle vom Udo gelernt die waren alles super das ist auch ein Werkzeug so wie ich jetzt den Redo benutze jetzt kannst dich fragen was mache ich mit dir musst raus kriegen liest dein Buch weiter ein bisschen Ahnung kriege ich ja schon langsam und du weißt und was dem Jan gefuchst hat das war dass ich immer gesagt habe Jan bevor du nicht mindestens 40 bist besser noch 50 und selbst mit 50 ist das heppig das ist in meinem Bezich Stadion das ist in der 50 das ist natürlich auch symbolisch zu verstehen als so Figur kann eh nichts verstehen also es ist ich müsste es anders ausdrücken dass ich sage bevor du nicht mindestens auf der Seite 50 bist der fällt dir jetzt von 35 zu 50 diese 15 Jahre ist übrigens Jahr J.H. ist Gott die fehlen dir noch und dann werden sich viele Fragen oder Sachen die dir gar nicht auffallen sind automatisch in dir verknüpfen du sagst das ja auch immer so du sagst 15 Jahren das sind also Jahren ist ja das bin ja ich dieses Buch du passt schon auf das ist schon manchmal ist schon gut wenn ich dich aufpassen lasse ein fränkisch hat ich sag selbst wenn ich mich verspreche es ist für mich so den Brösel oder den zu spielen es ist immer immer ganz klar ich bin nicht der Udo ich bin auch nicht der Jan ich bin jetzt erst einmal der 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 sich die beiden ausdenken jetzt bist du das rote ich das mit dem jahren programm läuft da taucht ab irgendeiner seite ist ein Udo aufgetaucht das ist da mal ein paar rutschriften dann kommt natürlich automatisch wer hat geschrieben das ist dieser Mech Ahnung es muss ja irgendwo vorher da außen einer gewesen sein das ist so unendlich zwanghaft bis du dann irgendwann mal zerst einmal intellektuell begreifst was ich sehe ist ja immer nicht ich sage es ist aber immer noch da wo war jetzt die ganze zeit des programms skype ein nicht gedachter gedanke es muss aber da gewesen sein auf einer tieferen schicht sonst könnte man nicht skypen wieder normal gesprochen ok das ist jetzt das dass du eigentlich in dem moment wo wir jetzt an das program skype denken gehst du schaust du in deine transversale hierarchie rein und dann fängt das automatisch weil es in ein Blickfeld reinkommt zu existieren an das tieferen ja jetzt habe ich ja dich angeschrieben gehabt das geht jetzt eigentlich schon seit ein paar Monaten dass ich mich frage wie das eigentlich mit der Udo Biografie ist ich meine ich habe es ja letztlich erschaffen bis hierher aber das sind für mich so krasse Lücken weil ich weiß dass der Udo der war ja von Anfang an seiner Karriere Geschäftsmann der war ja immer extrem beschäftigt aber wie kommt es dazu also ich verstehe das nicht mit der Hans Geschichte weißt du weil da kommt mir das vor wie wenn ich muss kompromisse ich habe das mehrere Mal erwähnt jetzt da kommen jetzt Sachen dass wir jetzt schauen wir denken uns jetzt ein Udo Leben aus wie eine Hans Geschichte und das kann nicht sehr unterschiedlich sein das kannst jetzt du in dein Jahren Programm nimmst du einen ganz anderen Udo wahr das kannst du einen Udo aufbauen den deinem Buch dein Programm hergibt ich mache immer so mein Muster Beispiel wenn ich wenn ich jetzt hier da sind welche die sagen der ist klasse ich das sagt jeder der den Udo auch persönlich kennt ich bin ganz normal du merkst dass meine scheiße stinkt wie deine jahren es ersetzt jetzt wieder den Darm voraus es baut alles auf dieser materialistischen logik auf und wenn ich jetzt den Geschäftsmann ich habe mit nichts ich habe nichts gelernt nicht studiert also weniger noch wie du aber nicht mal qualifizierten hauptschulabschluss jetzt in dieser Biografie die wir uns jetzt ausdenken ich bin auch du und da sieht es so aus dass ich immer neugierig war und Schule war ich da total geholt weil mich das überhaupt nicht interessiert hat bis ich dann gelernt habe ich habe im Handwerksberuf Radio und Fernsehtechniker und das hat mich interessiert ich habe mit elf Jahren meinen ersten Radio baut dann mit zwölf Mikrospion in einer Zigarettenschachtel aus Bastelbüchern raus ohne irgendeinen Lehrer oder einen Mentor ich hatte eine unendliche Neugier muss wissen so wie kennst du den alten Film Nummer 5 lebt brauche Input der musste immer lesen was er Input das ist ein reiner Autodidakt das hatte ich immer noch dieses normale Denken aber was mir jetzt geht auf deine Frage einzukommen hast du den Parallel liefen da suchen auch parallel ich kann mir das da nicht vorstellen als Platz ich war auf alles neugierig ich war auf alles neugierig alles zumindest das was mich interessiert hat aber Schwerpunkt war Elektronik Elektronik und Musik weil ich sehr auditiv bin und also absolutes Gehör habe kann aber selber wenn ich singe das ist so unerträglich das kannst du dir nicht vorstellen ich kann überhaupt nicht singen ich habe tödlich aber ich habe ein absolutes Gehör wenn ich jetzt meinetwegen sage ich mache einen Feichton wenn ich eine Frequenz jetzt vielleicht nimmer weil diese Datei ist relativ im Hintergrund ich von dir fast auf einen hat es genau beim Pfeift und sagen wie hoch der ist das ist natürlich erst im Laden in meinem Labor entstanden und dann war natürlich klar Radio- und Fernsehtechniker und die Sache ist ich habe nicht einmal einen qualifizierten Hauptschulabschluss gehabt und bei uns in Weißenburg war ein kleines Radiogeschäft und die Frau von dem Radio- und Fernsehtechniker die hatte einen Wollladen und meine Mutter hatten nichts meine Mutter hat unheimlich viel gestrickt die war immer bei der Frau Strobl das ist dieses Wollladen gewesen und dann ist sie dann hier zum Frau Strobl und dann sagt ja und er bräuchte eine Lehrstelle nicht einmal qualifizierten Hauptschulabschluss und weil da eine gute Kundin war die hat dann hier die Frau von meinem Chef hat es dann geschafft dass der mich als Lehrling nennt was für ihn ein absoluter Klicksgriff war weil sobald ich da angefangen habe war ich in der Welt die mich immer interessiert hat und auch die Berufsschule das war das erste Mal dass ich gerne in die Schule gegangen bin mich hat die Berufsschule Spaß gemacht weil das nur Themen waren die mich interessiert haben verstehst du was ist Strom wie funktioniert der das ist eine normale Handwerksbildung gewesen das war dann ich habe im zweiten Lehrjahr habe ich schon besser Fernseher repariert wie mein mein Gsell und dann war dass wenn wir Kunden mein Chef durchsetzt dass ich mit 17 schon den Führerschein machen darf dass er mich alleine los schicken kann damals war mit 18 der Führerschein und ich durfte mit 17 Ausnahmeregelung aus betrieblichen Zwecken durfte ich das Auto benutzen da durfte ich Auto fahren und da hab so einen alten R4 Kastenwagen dann war ich auch meine Lehrzeit war total super da habe ich er Geld gemacht ich habe 150 Mark im ersten Jahr 160 Mark im zweiten Jahr verdient und ich habe mich als Techniker abgerechnet die haben mir dann Bauteile geschenkt und das was dann ganz toll war das was ich mich nie fragen hätte trauen ich habe ja keine Autor ich habe nur Mufa gefahren mit 17 Jahren privat nur altes Mufa gehabt weil wir hatten wirklich überhaupt kein Geld und da ist es so dass er mir am Wochenende dass ich zum Tanzen fahren kann hat er mir unseren Kundendienstwagen durfte ich benutzen wo man also ich habe eine super Lehrzeit angehabt und dann war die Frage nach der Lehrzeit Bundeswehr ich musste zur Bundeswehr und dann habe ich mich gleich der hätte mich sofort übernommen aber ich sage ich muss dann eh dann ist die Bundeswehr eh angestanden und dann habe ich geschaut auch vorzeitig sehr früh dass ich zur Bundeswehr komme habe mich verpflichtet vier Jahre aber unter der Bedingung ich wollte nach Andernach Andernach war damals was wie psychologische Kriegsführung in Andernach ist Soldatensender gewesen Bundeswehr hat mit die Amis zur psychologischen Kriegsführung eine reine Sendeanstalt und jetzt muss ich natürlich ich habe dann die vier Jahre gemacht da musste Grundausbildung der Standardgründer ist natürlich der militärische Teil und da wurde ich dann als Funker Sass das Elektronik in Heer ist halt ganz normal die Grundausbildung für Funkgeräte Wartung und Funken und jetzt pass auf und dann muss ich zum Kompanie Chef das natürlich Kompanie Chef war ein Halbgott muss ich zum Kompanie Chef und was ist jetzt los ich hab doch nichts gemacht habe man ich hab das ja vorher durch mein Radio und Fernsehtechniker hab mich dieses Geräte sauber machen und an denen hinschrauben hat mich gelangweilt sagt er ich habe da ein Angebot für Sie Sie haben sich zwar nur unter der Bedingung verpflichtet dass Sie nach Andernach zu dieser Rumpfunkanstalt kommen ich kann Ihnen was anbieten wir haben hier Heeresfachschulen es gibt also hier die Schule für Elektronik in Stammbach Felderfing das ist also diese Heeresfachschule wo die ganzen Elektroniker ausgebildet werden für Reparatur für Funk Instandsetzung das sind Abteilung Spezie Reparatur Geräte und die kriegen nur die besten und die wollen nur die besten und ich könnte Ihnen vorschlagen dass ich auf diese Schule komme auch ich weiß ich kann das nicht weil ihre Einstellungsverpflichtung bei meinen vier Jahren war dass ich nach Andernach komme und darum muss er mich jetzt fragen ist auch nicht schlecht ist nicht so weit weg von mir zu Hause und dann bin ich an die Heeresfachschule für Elektrotechnik und Elektronik in Feld angekommen als Stammbersonal das ist ein riesen Unterschied da sind alle aus ganz Süddeutschland müssen dahin wenn die irgendwelche Lehrgänge machen ob die die Geräte reparieren oder die Funke das sind gegeben viele Verschlüsselungsgeräte und Übertragungstechnik habe ich dann alle Lehrgänge bis Materhaltung Stufe 4 gemacht du musst das nicht erklären das ist das höchste du darfst selbst Bauteile raus löden in den Kasernen machen die maximal bis Materhaltung Stufe 2 das heißt da werden Modulen getauscht und das war es dann da hatte ich dann Materhaltung Stufe 4 und was das schöne war ich ich muss zwar Uniform tragen aber du musst keine Mannes schieben gar nichts das ist Ihr Beruf du gehst rein da gibt es kein Antreten das gibt das ist wie ein Universität und dann ist natürlich die Liebe dann wollte ich Heimat nah war ich verliebt habe ich eine Freundin gehabt und ich war im Feld stationiert und muss dann immer nach Weißenburg am Wochenende fahren Aber war das schon Marion Ich war einmal verheiratet schon mit 19 da war mit 16 Kenner gelernt dann war ich verliebt und dann die Trennung ist mir dann schon auf den Nerv gegangen wobei das eine Traumzeit war diese Fachschule für Elektrotechnik Elektronik war so cool auf jeden Fall dann wollte ich heimatnah heimatnah heißt da hat es nur eine Möglichkeit geben Heidenheim ist ungefähr 20 Kilometer weg aber das Panzer Bataillon Dann bin ich in meiner Freizeit hochgefahren zum S1 Offizier das ist der der die Personalverwaltung macht und normal ist es in der Bundeswehr so also damals ich rede von den 70er Jahren ist es also so dass die immer versucht haben wenn die welche einstellen dass wenn du angenommen du bist der Koch dann wird natürlich geschaut dass du in die Küche kommst nicht unbedingt sein aber in der Regel Koch wird in der Küche als Küchensoldat eingestellt oder eingesetzt und wenn du jetzt hier aus der Gegend von Hamburg bist dann wirst du irgendwo in der Nähe in eine Hamburger Kaserne kommen und manchmal haut das nicht hin und wenn jetzt du zum Beispiel angenommen du wärst jetzt in Hamburg und du bist in der Kaserne und hast du eine Koch auch in Du weißt du kennst zufällig einen der in Hamburg stationiert ist als Koch aber aus der Münchner Gegend ist könnt ihr tauschen das heißt wenn der S1 Offizier geht und das schildert dann sagt er kein Problem dem ist nämlich nur wichtig dass seine Planstellen besetzt sind wenn der einen Koch hat und er kommt jetzt zu und sagt Hans ich bin aus München und sitze in Hamburg ich wüsste in einen der wird gern zu Ihnen kommen und das ist dieselbe Qualifikation dann kann er die tauschen dann macht er das da hat er keine Arbeit damit und so bin ich hochgefahren wie das aussieht ob ich irgendeinen Job kriegen könnte und der S1 Offizier sagt zu mir jetzt pass auf das ist ganz Interessant der sagt zu mir pass auf Herr wir haben hier nur einen FMD Trupp das ist ein Panzer Bataillon und der Chef der ist praktisch die Autorität für die funktechnische Instandsetzung von den Panzern dass die alle laufen und die ist noch belegt diese Stelle das heißt wenn sie zu mir kommen ich kann sie dann als Hauptgefreiter einstellen aber ich kann keine Ersatzgestellung machen ich nehme sie wenn sie wollen sie können ich kann das reinschieben aber Ersatzgestellung heißt ich kann der Schule keinen qualifizierten Fachmann geben um ihre Stelle da unten auszutauschen den habe ich nicht und das war dann ein riesen Jahr ohne die Details zu erzählen ein riesen Jahr ich habe das dann trotzdem geschafft musste aber auf eine Beförderung fast ein Jahr verzichten weil die Dienststelle besetzt war und jetzt kommt der Hammer ich komme da hoch und was wer dann mein unmittelbarer Vorgesetzter war das war wie ich im letzten Lehrjahr war ein Lehrling von mir also auch ein Lehrling bei der Firma aber das eigentlich wurde ja wie ein Gesellgehandel Familienbetrieb das war ein Lehrling von mir der Bernd Lassan der hat im selben Betrieb in Weißenburg zum Lernen angefangen ist aber dann raus und in der Zeit praktisch hier oben in Heidenheim heimatnah wurde der dieser Führer und dann musste ich praktisch rein Dienstgrad technisch unter meinem Vorgesetzten sein was aber null Problem war weil wir immer super Kumpel waren wir sind dann miteinander jeden Morgen zusammen in die Kaserne gefahren da hat es auch keinen Unterschied gegeben verstehst du das ist also hier in der Kaserne und das hat mich dann so angekotzt und dann was mache ich jetzt das waren vier Jahre sehr viel Lehrzeit aber ganz andere Lehrzeit die Sinnlosigkeit von staatlichen Einrichtungen erkannt da kann man da extra mal vieles erzählen ich war dann übrigens sehr sehr mächtig in der Kaserne ich war zwar nur Stabs Unteroffizier am Schluss aber wenn du zum Beispiel in einer Panzerkaser bist mit dem Panzer da hat es die Kampfpanzer Leopard 2 gegeben du dürftest mit dem Panzer selbst innerhalb der Kaserne wenn du gefahren bist wenn der bewegt wurde musste immer ein Einweiser musste vor dem Panzer herlaufen du dürftest die Mühlen Schrittdempo bewegen und aus der Kaserne rausfahren kannst ganz vergessen auch mit Autos du musstest ein Fahrbefehl haben vom Kompanie Chef also muss irgendeiner Grund angegeben werden und da hinter der Kaserne Truppen Übungsplatz wo Panzer Fahrschulen Gelände fahren nicht die nötige Reichweite hat dann muss die abgeklicken werden und dazu muss der Panzer mindestens 500 Meter um sich herum freistehen das heißt ich habe mich da zu Tode gelangweilt und was machen man heute sage ich da mal ein bisschen Panzer fahren dann habe ich einen Anruf gemacht beim Schirrmeister sage ich habe einen Panzer der hat nicht die nötige Reichweite ich brauche was für einen Grund hat er dass der Panzer hier raus gefahren wird aus der Kassern auf dem Truppenübungsblatt und ich hatte als kleiner Stufz die Möglichkeit wenn ich gesagt habe wir hatten die nötige Reichweite ich muss den abgleichen neu abstimmen ein einziger Anruf dann habe ich einen Freischein gekriegt und konnte mit irgendeinem Fahrer raus fahren dann sind wir Banzer gefahren wir für mich Bundeswehr ist eigentlich immer ich war Heimschläfer das heißt ich hatte nicht mal ein Zimmer in der Kassern nur ein Spind im Keller ich hatte plötzlich mussten wir Wache schieben du musst also hier UVD Unteroffizier vom Dienst machen du musst im Wachhäuschen wachhabender da sitzt du nur rum das ist keine Arbeit aber das Wochenende ist halt kaputt wenn du Samstag oder Sonntag Wache hast das ist du sitzt nur rum und ich war sehr kreatives Kerlchen mich hat das wahnsinnig gemacht und vor allem wenn ihr Details erzählt was da Geld verbraten wird damals schon da ist mir das erste Mal bewusst worden was der Staat für ein Verbrecher System ist in Bezug auf Einrichtungen jetzt der Berliner Flughafen Stuttgart 21 müssen wir App Philophonie in Hamburg die Beispiele die sind ja extrem hoch gewachsen pass auf ich mache nochmal ein kleines Beispiel man konnte die Funkgeräte rausnehmen du hast dazu hier eine sogenannte Grundplatte gehabt und das hat Funkgeräte gegeben die wurden meinetwegen in Jeep drauf gespannt dann wurde ein von unten von der Grundplatte ein kleines Kabel ein Antennen Kabel von der Grundplatte und die Stromversorgung hat das Funkgerät hoch und dann geht natürlich auch die Antennen Leitung hinten am Jeep an die Antennen Leitung und du konntest das Funkgerät reicht als tragbares das SEM530 hat es geheißen das ist die Grundhalterung dann tust du die Leitungen weg tust das raus und Batteriesatz dran auf dem Rücken als tragbares Funkgerät jetzt pass auf da haben eine geblödelt und da ist wenn das eingebaut ist das Funkgerät wird diese einen der Antennen Angang wo du wenn du es auf dem Rücken hast wo man die Antenne drauf macht das ist eine normale BNC Buchse wie bei CB Funkgerät wie damals wo man die Antenne hier drauf gesteckt hat wurde einfach ein kleines Kabel von dieser Antennen Buchse runter zur Grundplatte wo es zur Auto Antenne gegangen ist die natürlich besser geht dieses BNC mit zwei BNC Stecker konntest du bei Konrad Elektronik hier für acht Euro kaufen das Kabel mit die zwei Stecker dran da haben eine rumgespielt und dann ist so ein Kabel kaputt gegangen hat es natürlich einen riesen Aufstand gegeben der Kompagniechef hat die verbraten und der muss natürlich das Kabel bezahlen also ich gehe in meine Ersatzsteilisten ich bestelle das Kabel und ich sehe dass den Wehrdienst leisten das ist ein ganz stinknormales 30 cm Kabel mit zwei BNC Stöcke wo bei Konrad Elektronik du als Endverbraucher für acht Euro kaufen kannst Mark Entschuldigung acht Mark damals war noch Mark okay dann bin ich zum Kompanie Chef gegangen und habe gesagt passen auf Herr Hauptmann das Kabel der ist doch schon genug bestraft das ist diese 114 Mark ist so Schweine Geld Wehrdienst Leistenden ob er damit einverstanden ist ich besorge das Kabel aus privater Quelle und lasse mir von denen die acht Mark gehen ja so ist ja eh schon genug bestraft er sagt ja wenn sie das machen ab ist das in Ordnung und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel die Funkgeräte selber die Kosten waren im selben Maß so überdeuert im Vergleich gleichwertiger Ware im Privaten Faden durchgezogen ich mich dann selbst machen mal alles was Staat in Auftrag gibt ist damals schon so extrem teurer gewesen wie wenn du als Privatmann oder als Firma was in Auftrag gibt privat dass da schon irgendwie Schmiergeld oder was auch immer dahinter stecken müssen und ich könnte dann Sachen machen was da Geld verbraten wird ich habe selber für Millionen Ersatzteile weggeschmissen bloß welcher einer Vorschrift und meine Beschäftigung die letzten Jahre war eigentlich nur Zeit Totschlag ich kann dir sagen subjektive Zeitempfindung die vier Jahre Bundeswehr und jetzt sukzessive die letzten ein Jahr oder anderthalb Jahre Heidenheim ist mir deutlich länger vorgekommen ich habe natürlich wie ein Wehrdienstleistender Maßband gehabt ein Wochenmaßband wo man jede Woche so Maßband abzwickt ich weiß nicht ob es das noch gibt die W15er die hatten dann immer ein Metermaßband wo du in den letzten Tagen jeden Dottten hängen am Dach abzwickst dass du wieder rauskommst und das hat sich in die Länge gezogen ohne Ende und diese letzten zwei Jahre sag ich jetzt mal bei der Bundeswehr die sind mir länger vorkommen wie die siebten Jahre wo ich meinen Laden hatte das ist wie im Flug vergangen und wenn ich jetzt sage dass ich schon fast 25 23 23 Jahre aus dem Laden draußen den nur Holofeeling macht das ist das ist gar nichts mehr die Zeit löst sich komplett auf das ist jetzt ein Gespräch von Brüssel oder zu Brüssel aber ich wollte den Geschäftsmann nochmal sagen pass auf mit der blöden Bundeswehr bin ich wieder abgelitten es ist also so dass ich dann hier dann war wie ich aus der Bundeswehr rauskomme was mache ich und dann habe ich natürlich zuerst einmal Stereo Interessiert und dann hatte ich auch über einen alten Bekannten von mir der in der Hi-Fi Branche war habe ich einen Job kriege im Stereo Wunderland das war der größte Hi-Fi Händler in Nürnberg als Verkäufer da habe ich nur drei Monate war ich nur ein Vierteljahr angestellt weil ich einfach ein super Verkäufer bin kann aber nur Sachen verkaufen wo ich dahinterstehe natürlich ein ganz junger Bursch habe immer Hi-Fi Long Stereo das war das A und O und das ist jetzt das Interessante dass ich dann in Nürnberg gesagt habe wenn ich mich jetzt in Weißenburg selbstständig mache wenn ich im Monat in Weißenburg so viel verkaufen wie was ich hier an einem guten Samstag nur ich als Verkäufer verkauft habe dann reicht mir das dann habe ich überlegt mich selbstständig zu machen und dann habe ich nur eigenartige Konzepte gemacht und dann habe ich in eine Hinterhof Firma mit einem kleinen Todstudio einbaut da habe ich gemeint da ist eine Marktlücke mit und das ist jetzt diese Phase der Entwicklungen das ist ganz langsam losgegangen war ich ja nur relativ jung auch und das ist halt dann gewachsen und das ist jetzt die Geschichte die dich interessiert hat da können wir noch mehr erzählen der Jan kann auch eine Riesengeschichte erzählen eine andere Geschichte jedes Leben ist hoch interessant für einen der das erkennt dass jedes Leben was ganz was speziell ist es gibt keine vielleicht mit normaler Logik als die schlechteren Leben sieht dass das genau die Leben sind wo du am meisten lernst das sind die guten als Leser lernst du nicht in den schönen Wischiwaschi die 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 passiv mit Energie konfrontiert was Problem ist Energie Stress ist Energie auf jeden Fall was ich jetzt und jetzt kommen die große Fehler den Kompromiss wo ich eingehen gebe weil ich immer das ist eine ganz heiße Geschichte innerhalb dieser Geschichte aber jetzt was ich immer wieder gesagt vorher war für mich Religion scheiß drauf ich hab mich zwar weil ich in Asien war mit meinen eigenen Importen für Buddhismus interessiert aber auch aus einer Modeerscheinung aus einer Normalität heraus Christen ist mir voll am Arsch vorbeigegangen und die Kirche ist so verlockend ich bin Buddhist ich sag dir immer was für einer ist eine Mode Trend ist wie du was an sich stilzt deine Religion über was mir jetzt wichtig ist dass die wenigen handvoll Leute die den Udo von früher noch kennen die sind ja zu mir in Laden gebildert am Schluss nur weil sie den Udo reden hören wollen das ist kein witz ich kann dir da ganz Haufen bringen die sagen wir haben unsere Anlung verdreht dass wir hinfahren und sagen du das klingt einmal richtig dann hat er sich reingesetzt das ist wieder gelaufen und dann hat er uns wieder 2-3 Stunden was erzählt es war nicht anders wie was ich jetzt mit Holofilling mache sondern nur themenbezogen das sind so irre Beispiele ein Großteil der Holofilling Beispiele die habe ich alle schon in den 80er Jahren in Weißenburg im Mandonstudio erklärt aber wie kam es dazu jetzt pass auf und jetzt ist jetzt dieser Kompromiss dass ich das ja schon gemacht habe bevor ich transformiert war aber dass ich irgendwo da Fehler in Kauf nehmen muss ich wusste natürlich damals schon wer ich bin als Figur natürlich nicht die Reife das wirkliche Bewusstsein es ist ein Unterschied ob du hörst oder sagt ich erkläre es nur dem der mich jetzt sprechen hört weil hören kann nur Bewusstsein und Bewusstsein wiederum das ich mir jetzt ausdenke ist kein Bewusstsein das muss ich jetzt das glaube ich hast soweit gecheckt was du bist du bist etwas was nicht gedacht werden kann egal an was an was denkst du wenn du an den Jorn denkst und dann taucht in dir eine Information ein Gefüger des Körpers oder vielleicht der Jorn in die Schuze gegangen ist egal was das ist etwas was du anschaust es ist eine Form die du annimmst wenn du an den Jorn denkst aber sobald du an was anders denkst bist du immer noch derselbe der schaut ist immer noch gleich aber jetzt ist der Witz dass du dir jetzt jemand ausdenkst der seine Informationen anschaut wer schaut sich den an wer denkt sich den aus du merkst du wirst wie auf dich immer wieder auf diese Kette weißt die zu akzeptieren ist ein Unterschied ob ich jetzt den Gedanken an mit mir es logisch erscheint oder ob ich es verstanden habe und dann wirst du merken wenn du älter wirst dass diese Vergesslichkeit dir bewusst wird Mensch wie hast jetzt der Film obwohl du ja den Film in dem Moment weißt du ja von dem Film du kennst den Film ja dir fällt bloß der Name nicht ein das ist ungefähr so wie wenn ich jetzt komplett ein Video auf YouTube im Kopf habe aber mir fällt weder der Name ein das ich suchen kann geschweige denn ich meine ich für was brauche ich eine Adresse wenn ich wenn das ist es ist doch das ist doch in mir drin wenn ich an das Video denke ich brauche das nur wieder um irgendjemand den ich mir ausdenke zu fragen kennst du den Film aber jemand den ich mir ausdenke der kann den niemals kennen der kann den niemals anschauen ich kann in mir den Eindruck erwecken in mir selbst indem ich mir das einrede dass der das anschauen könnte alles was ich mir denke wird so sein wie ich glaube dass es ist das ist und jetzt wirst du merken dass ich vollkommen allein bin ich dieses ich das ich jetzt dir nenne du bist schon vorhin Udo da gewesen und du wirst auch da sein wenn es keinen Udo mehr gibt und du wirst auch sagen wenn es keinen Jorn mehr gibt die Person ist ja sowieso weg wenn du nicht an die Person denkst der Udo ist meine Erfindung genau so ist es und alles was der Udo dir erzählt hat als Protagonist in deinem Traum als Gedanke kann erzählen weil du das jetzt träumst und du meine ich einen träumenden Geist der natürlich auch nicht bist und wer denkt sich den Träumenden Geist aus und setzt sich das als Träumenden Geist oder als Computer dann wird dir wesentlich mehr von dir selbst klar wie du funktionierst ich erkläre dir was du bist was ich jetzt wieder gemacht habe und ich erkläre dir wie du funktionierst und niemals was du glauben sollst in Leben mische ich in die Klapse geht weil du Psychose hast ich kenne mehrere die schon in die Klapse kommen sind die 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 nicht verstehen du wirst jetzt feststellen es gibt eine ich rede jetzt nicht von der Klapse in der Klapse was meine ich damit die große Klapse ist die Welt die du dir ausdenkst und in dieser Klapse sind Klapsen die sind alle in der Klapse die wie uns ausdenken das ist eine Welt wahnsinnig aber können die was dafür dass die jetzt so sind wie wir sie denken existieren die überhaupt wenn wir sie nicht denken hungern die näher Kinder also ich sag das da mal näher Kinder existieren erst wenn du an näher Kinder denkst und wenn du jetzt denkst die hungern dann sind die für dich hungrig für dich was ist mit denen wenn du sie nicht denkst geht sie super den uro geht es am besten wenn du nicht an ihn denkst in Jahren geht es am besten wenn du nicht dahinter ist aber das ist halt die gedanken werden sind untereinander mit dem verbunden der immer ist und du wirst das chat denken wirst du merken dass das chat denken das ist dieses ja erfahrungen sind immer chats und du wirst merken gerade wie beim gematrie explorer dass da so viel hintergrundwissen nötig ist da sind so viel frage zeichen die ich erklären kann damals wie die vergangenheit wo ich mir jetzt denke dieses programm entstanden ist innerhalb dieser geschichte da noch keine andere möglichkeiten da waren ein altes handy beispiel wenn ich jetzt du musst dir vorstellen wie ich mein tonstudio aufgemacht habe mein laden aufgemacht habe ich das ist ja erst 81 erfunden worden das war eine welt komplett mit analog platten analog bändern und handy oder telefon funktelefon kannst du total vergessen das war science fiction und wenn du ich sage immer wieder wenn man damals ein funktionsfähiges smartphone gehabt hätte wenn ich dir dann nochmal zurück in die 70er jahr saturday 76 beachies saturday night fever das war meine zeit ich bin so gern zum tanzen gegangen in die diskotheken losgezogen in münchen da waren lichtanlagen da war alles drin wenn du mal in diese zeit 76 reingehst da war in den firmen keine computer gestanden also mit sicherheit nahezu überhaupt keinem büro ich sage selbst 1980 habe ich so oft gesagt in weisenburg weder eine bank noch eine sparkasse dass die ein computer irgendwo stehen kann kann man sich gar nicht vorstellt ja das finde ich auch so faszinierend das altern da hätte ich als junger kerl so schiss gehabt vor dem alt werden aber dadurch kriegt man diese dieses aufspannen überhaupt so krass mit diese unterschiede das war jetzt bei mir dass ich eigentlich überhaupt ich jetzt als Udo Programm überhaupt kein Problem gehabt mir ist fast nicht schnell genug bis zum heutigen Tag und ich kann dir nur eins sagen bei alle jetzt wenn Geist im Hintergrund ist du warst doch immer mein Ei meine Raube die zum Schmetterling wenn du das Prinzip nicht nur theoretisch intellektuell begreifst sondern dass du erkennst es geht ja es dreht sich im wahrsten Sinne das Wort ist ja alles bloß um mich um den der ich bin ich bin der letztendlich alles ist das bedeutet Holofilling und der alles ist und nichts davon jetzt muss ich nochmal jetzt muss ich wiederhol bloß nochmal dass du das checkst wenn ich jetzt als Brüssel Udo ganz bewusst als Udo da sitze ich schaue meine zwei Hände an dann würde ich nicht sagen ich bin diese Hand oder ich bin diese Hand ich bin nicht diese Hände selbst wenn ich mich als Udo sehe ich war aber auch nicht sagen ich bin die Hände nicht es sind Teile von mir ok ich kann auch an meine Nase denken ich bin meine Nase was ich als normaler Mensch sage ich bin dieser Kölber bis ich mir Gedanken mache aber ich war ja schon andere Kölber jetzt brauche ich die Vergangenheit und ich werde noch andere Kölber ältere werden wenn so laufen soll wie es laufen soll aber das bin ich ja nicht das sind nur Gedanken von mir verstehst du das ist ob das einer nachquatscht und Amaretta muss ich dir nicht sagen egal wen du mir bringst wenn die den Mund aufmachen auch die mögen hundertprozentig richtige Sachen sagen sagt nicht jeder richtige Sachen aus seiner Perspektive heraus gesehen was mir wichtig ist was der Unterschied ist zu vielen Tieren und den anderen Tieren dass du immer mehr die innere Quelle ansatz auch wenn ich nicht verstehe was da geredet wird egal wenn einer den Mund aufmacht von mir aus gesehen bist du genauso ein Schwätzer wie die anderen weil ich dir genauso wo du sehr hast und der Trick ist wenn du sagst aus mir selbst alle Philosophen alle Physiker die erklären dir was der entdeckt deine Philosophie ist ein einziges Rezitieren von irgendwelchen Scheißdreck was ist und immer wieder die Außenwelt warte mal mir fällt ja gerade spontan was auf muss ich dir das hab ich zwar gleich einen Moment alter alter jetzt ist die keine große Denker wie ist das hier wo hab ich das weiter oben moment ich find's gleich matrix einleitung das glaube ich was ich tue da mal eine playlist rein stellen muss jetzt nicht anklicken das ist dieser professor erkennnis theorie und amarillo pass auf wenn du den jetzt hörst das sind vorträge über wittgenstein das ist übrigens hat und nicht stets professor erkennnis theorie sind immer wieder dieselben fehler bist du noch dran es sind immer wieder dieselben fehler es ist die außenwelt selbst idealisten philosophen die idealisten nennen es ist immer die frage über die außenwelt da außen gibt es keine welt es ist ein traum mit dem traum ist alles erklärt man kann nur schauen wie hartnäckig das ist bei denen ein einziges rezitieren von angelesenen wissen das sind sogenannte gebildete menschen aber ein gebildeter mensch ist nicht der schöpfer dieser gebildeten menschen wir sind im geist beillett der geist und im kind und das sind facetten von dir egal wer in dir auftaucht wenn du die videos anschaust es ist eine figur die du vor dich hinstellst in deinem traum die aus dir kommt und die spiegeln jetzt letztendlich dich selber weil du ja auch muss rezitieren und die Ausnahme sind die künstler wenn dir Melodie einfällt wo ist die Melodie her das sagst du aus mir aber es ist diese alte kette mit dem kugelschreiber schreibt ein gedicht da hast du ein jein habe ich so oft erzählt das hast bestimmt jetzt im hinterkopf ich sag dann immer wieder lass uns das mal klären wie definierst du schreiben ist schreiben dass einer ein gedicht schreibt oder ist schreiben farbe aufs papier bringen der kugelschreiber bringt die farbe aufs papier aber er bestimmt nicht wie er das ordnet er ist ein sklave der hand die ihn in der hand hat so wie ich dich in der hand hab ich lass dich halt nicht schreiben sondern reden ja Gott sei dank die besten Erklärungen magst du wenn du den Amaretto vollkommen vergisst und vollkommen einfach nur das fließen lässt durch dich fließen das stimmt ja und dasselbe gilt jetzt ob ich ob wir uns jetzt den Amaretto denken ob wir uns den Udo denken die Figuren sind nicht wichtig wichtig ist die Quelle aber die Quelle wiederum eigentlich müssen wir beim Brunnen anfangen das hebräische Wort für Brunnen ist ja fast das Wort für erschaffen oh Amaretto wir müssen fast ich muss dann weg das wäre jetzt du merkst das sofort unendlich aus das war das ist also definitiv so dass das hebräische Wort für Brunnen okay schreibt sich Bar B-A-R Bara ist ja B-R-A okay B-R-A B-R-A heißt schöpfen aber da steht in den alten Wörterbüchern ein schöpfen nur von Gott das ist was anders wie du machen handel und wenn wir jetzt die letzten zwei B-R-A B-A-R machen dann hast du das hebräische Wort für Brunnen das heißt Brunnen ich nenne es einmal Bar das ist jetzt unsere Bar in einem gewissen Mal ist eine Brunnen wo ich was zum trinken kriege das selbe Wort hast aber auch auslegen und erklären auslegen nach außen legen da kommt aus dem Brunnen kommt was heraus unser Mem unser Wasser jetzt blau als Gestaltungen die du nach außen legst und dir selbst erklären musst aber wo hat der Brunnen das Wasser her der Brunnen hat das Wasser von der Quelle aber wenn aus einer Quelle das ist in einem gewissen Maß der Brunnen unterhalb des Brunnens in unserer Transfersaal und wo kommt das Wasser von der Quelle her und jetzt brauche ich Grundwasser jetzt steigen wir nach oben das kommt vom Regenwasser von den Wolken und wo fließt das Wasser wieder hin jetzt merkst du jetzt hast du den Kreislauf und man macht eben das Problem als normaler Mensch dass man das immer auseinander reißt und aus diesem Kreis wo eins aufs andere reagiert mein Halskörper Beispiel einen Anfang setzt und ein Ende setzt und das musst du durchbrechen in dem Anfang und Ende immer wieder zusammen gehört das war im letzten Gespräch wo ich sag wenn du ein Kreis geworden bist G Reihe S geworden bist erkennst du wir sagen das Leben beginnt mit ein Ei ich spreche jetzt Ai mit einem Nichts und endet mit einem Kreis mit einem geistigen Spiegelbewusstsein dass alles nur Spiegelungen von einem Spiegel sind der man selbst ist da kommt das Wort Spiel her Spiegel und jetzt ist es so dass der Kreis erkennt dass er schon immer ein Ei war dass man das jetzt zusammen machen und dann hast Ai dieses Nichts ist ein geistiges Spiegelbewusstsein das ist das Zentrum in den Detrainer Spiegel jetzt was wolltest du noch sagen schnell äh ja dieser diese kurz bevor dieser Hans in das Haus kommt wo das dann los geht absolut der Punkt wo ich gerade dir vorweg nochmal da geht es ja da wird ja so was gesagt wie das Alter lag schon schwer auf ihm und sowas also hast du als Udo also in der Udo Geschichte ist es gar nicht so gewesen wie jetzt beim Amaretto dass der peu a peu von Theorie zu Theorie sich durchgehangelt hat und immer suchender geworden ist ist das ganz anders bei dir das entscheidende für mich in der Hans Geschichte das entscheidende ist dieses Heureka dass du suchst nach der Wahrheit und es ist in dir noch dieses einseitige ich sag du musst in einen Zustand kommen die Frage ob was richtig oder verkehrt ist die Definition das ist schön das ist hässlich das ist gesund ist ja immer das Anstreben von Einseitigkeit und genauso sucht man natürlich nach der Wahrheit weil du was Falsches an was Verkehrtes ich will ja nichts an was Falsches an was Verkehrtes glauben ich will nur an das Richtige glauben und dann rastest du die ganzen Religionen durch mehr oder weniger hängt natürlich ab ob du das in deinem Leben zu lernen hast und du stellst fest dass die sich so bekriegen selbst im Christentum diese unendliche Scheinheiligkeit zwischen Protestanten und Katholiken du musst dir vorstellen ich muss jetzt eine kleine Geschichte kurz erzählen hier der Bischof der damalige Bischof von Eichstätt der hat einen Pfarrer einen katholischen jungen Pfarrer hat er entlassen weil er ohne Rückfrage zu nehmen mit protestantischen Kollegen zusammen eine Abmahl gehalten hat das hätte er sich genehmigen lassen müssen wie kann man mit einem Feind da ein Zusammentreffen machen ohne dass das vorher mit den Oberen abgesprochen krank da müssen wir jetzt gar nicht darauf eingehen die Geschichten sind ja fehl im Führerschein auf jeden Fall hier ist es richtig ich will an das richtige glauben das heißt wenn ich jetzt Christ bin was ist die christliche christliche religion die katholiken die protestanten die zeugen jehovas sind ja christlich du weißt da gibt es hunderte von kudderer elmisch und alle leben in dem wahn dass ihre einseitige vorstellung richtig ist obwohl dann die elementaren grund aussagen immer dieselben sind die ursprünglichsten aussagen bevor sie zerdacht wurden da soll ich mit religion überhaupt nichts mehr zu tun haben das ist ich bin buddhist ich esse kein fleisch dann gehst du mal nach thailand das sind alles buddhisten die essen alles was krabbelt und kriegt also buddhismus hat nichts zu tun die buddhisten die sagen ich bin buddhist ich esse kein fleisch das ist ein totaler blödsinn das ist eine buddhistische strömung wie es religiöse strömungen gibt also gut da wollte ich nichts mehr damit zu tun haben in der hans geschichte und dann gehe ich in die naturwissenschaft und jetzt fange ich an zu studieren und dann kommt es natürlich irgendwann einmal zu der quantenmechanik und in den anfängen der quantenmechanik die sind genauso zerstritten gewesen die physiker mit ihren theorien wie die religiösen menschen und dann kommt das heurika das ist plötzlich in der hansgeschichte die wichtigste stelle dann das große heurika kommt wieso will ich eigentlich bloß eins glauben wenn ich das glauben kann wenn alles richtig ist aber alles auch verkehrt ist solange ich bloß in richtig und verkehrt denke weil zu jeder vorstellung von richtig gehört zumindest eine kehrseite ich sage die zwei extreme beim kegel sind kreis und dreieck und wenn man schatten macht das sind die sätze wo ich tausende mal schon lange gesagt habe ist jetzt ein Kegel eigentlich ein kreis oder ein dreieck und die meisten menschen sagen sofort sowohl als auch und ich sage weder noch weil ein kreis ist eine fläche und ein dreieck ist eine fläche und der kegel ist ein körper also ich kann nicht sagen wenn ich frage ist ein kreis oder dreieck sowohl als auch weder noch es sind zwei flächen zwei verschiedene flächen und der Kegel ist ein körper kreis und dreieck sind schatten projektionen einseitige von diesen höher dimensional körper das ist der trick und wenn ich jetzt habe diese zwei extreme das sind nicht die einzigen schatten die ich mit einem kegel werfen kann ich merke wenn ich den kegel drehe jetzt natürlich schon vor mich hingestellt und lasse den projizieren an der Wand mit einer Lampe dass ich zwei extreme habe zwei dazwischen trennt ist entweder mehr kreisförmiger oder mehr dreiecksförmiger oder ein totales wischiwaschi das sind die mit dem kompromiss die überall abgreifen wollen in der politik wir haben einen rechten und linken flügel und innerhalb der rechten gibt es rechte und linken und innerhalb der linken gibt es linke und rechte stimmt oder stimmt und da sind dann innerhalb der rechten einige mehr rechtsorientiert innerhalb der rechten und eigentlich mehr linksorientiert innerhalb der linken genau gespiegelt was ist jetzt richtig ich sag zuerst einmal das reine wort rechts steht für recht und für richtig und links der ist links heißt der ist linkisch das ist auf links gedreht wenn der strumpf auf links gedreht ist wird innen nach außen gekehrt links ist linkisch ist falsch jetzt kann natürlich links durchaus richtig sein wenn du ein linker rechts falsch sein rechts links sein wenn du ein rechter bist aber keiner interessiert sich für die mitte der falsche kompromiss den ich schon ein paar mal erklärt habe das ist du musst die Ebene wechseln wenn du die beiden extreme verbinden heißt er deswegen hans der name in der mitte nein der hans der hans heißt hans weil ich laut bass laut bass heiß ich hans udo betcher genau genommen johannes der vater ist der johannes ist ein zimmermann hans ein zimmermann aber der hat sie nicht geschwängert die maria wurde ja vom erzengel gabriel denk an den geber geburtsgeber da kommt der gabriel da kommt der engel gabriel im auftrag von nubel und der schwängert die maria der johannes der täufer denn seine mutter ist die elisheba in der bibel und der vater ist der zacharias aber der hat die elisheba nicht geschwängert der war nämlich zeugungsunfähig da ist der engel gabriel gekommen und hat die geschwängert das heißt johannes der täufer und jesus haben zwar zwei unterschiedliche mütter in dieser geschichte aber denselben erzeuger okay du musst bloß lesen aber den sprung machen die nicht weil die alle nur nachblabbern die geistlosen figuren und jetzt ist dieser johannes der täufer war ein großer prophet in der zeit und dann kommt der jesus und johannes der täufer ist der erste der das erkennt und dann kommt ihm dieser satz hier dieses ich muss klein werden mein ich mein blaues ich muss klein werden damit er der erwachte in mir wachsen kann er kann nur wachsen wenn ich klein werde wenn das ich ganz klein werde ich habe es ein Zufall dass das auch noch das wiederholt sich zigfach es gibt noch einige johannes geschichten in der bibel wo wir ins alte testament reingehen und dann wirst du feststellen dass das komplett meine geschichte ist ich lf der heißt rudolf rudimentär hast noch gar gekocht noch nicht richtig entwickelt das ist der ältere bruder dasselbe prinzip hast du in der jakob geschichte die jakob mit der ferse aus der ferse heraus gezogen sind auch brüder das wiederholt sich immer wieder mit meinem bruder meine mutter sagt zum beispiel die die sagt immer ich hab die kinder noch nie streiten sehen der kleine hat gesagt und der große hat es gemacht war schon immer der kopf der kleiner ist eigentlich mein bruder obwohl der ältere ist der ist noch nicht gar gekocht der ist nicht reif und jetzt ist es so dass meine eltern geschieden sind bin ja Mama Kind gewesen mein Vater hat Hans kassen und wie ich auf die Welt gekommen bin aber ich will jetzt ganz kurz nur machen meine Mutter ist bei Stiefeldern auf und die konnten überhaupt nicht ab und dann ist jetzt hier ich soll Hans heißen dann habe ich Hans geheißen und er sagt wir haben einen Hans in der Familie ist mir genug und schnauze voll und dann wurde ich nachher kurz von der Taufe noch kurz hat mich dann Udo genannt aber ursprünglich hätte ich eigentlich Hans hassen sollen darum ist es die die hast du bloß noch nicht ganz durch geschaut ja Johannes ist ja auch die Abkürzung von Johannes ja selbstverständlich dann habe ich hier ich habe oft von meinem Ivan gesprochen das ist in manchen älteren Selbstgesprächen der mich in Überlingen das war um 2000 rum der ist ja Professor Doktor 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 mit drei Doktortiteln der hat am Max Planck Institut gearbeitet älterer der hat einen Doktor der Medizin der Physik und der Psychologie ich mache jetzt das in der Geschichte es sind immer Geschichten es sind Märchengeschichten aber ich könnte jetzt immer wieder sagen das was ich jetzt erzähle in Geschichten ist in dem Udo Büch aber das sind bleiben Worte und du machst Gedanken draus auf jeden Fall da war ich immer beim Vortrag gehalten und dann hat man schon gemerkt war ich immer nur den angesprochen aber ich wusste es ich kann den ja nicht ich hab immer nur den angesprochen und jetzt ist es kleingeistiger Hosenscheißer schau ich diesen alten Mann an mit dieser Karriere du bist ein kleingeistiger Hosenscheißer was wie einer wenn der Geist im Hintergrund ist wie der reagiert und er lächelt mich an und du sagst du bist ein totaler Spinner aber extrem sympathischer gräferer Spinner weil ich war ja alter Mann und ich war junger Bursch da jetzt ist ein junger Mann in deinem Alter vielleicht müssen wir jetzt nachrechnen und jetzt ist es interessant dass er dann danach dann sind wir privat natürlich zusammen getroffen wo man dann nicht nur dieses Wischiwaschi für Masse der mit drei Doktortitel konnte ich aber ins Eingemachte gehen und der hat am Max-Planck-Institut gearbeitet und der hat die drei Doktortitel gemacht weil er sein ganzes 55 Jahre lang wollte der ein Problem lösen es um die Lunarperiode gegangen des Mondes inwieweit die Gestirne jetzt nicht Spätze die Astrologie die Lunarperiode auf Tiere einübt und du musst dir vorstellen der hat seine Lehre gemacht bei dem Konrad Lorenz in Grünau den Nobelpreis gekriegt da war er ein Schüler davon und hat sein Leben sein ganzes Leben am Max-Planck-Institut Karriere gemacht und ich habe ihm in fünf Minuten die Lösung gegeben für das wo er 55 Jahre geforscht hat und dann hat er sagt Udo für mich ist es überhaupt kein Zweifel du bist das was du weißt das kann der Mensch gar nicht wissen ich habe mein ganzes Leben studiert das habe ich übrigens öfter in Almen habe ich öfters wo eine Frau zu meiner Marion hinkommt und sagt mein Vater möchte mal mit mir sprechen ob sie einen Termin ausmachen kann und das hat mir meine Marion erzählt nicht mal mir selber und die haben sich dann unterhalten und dann sagte mein Vater unser ganzes Haus ist von oben bis unten voller Bücher und mein Vater kommt der möchte mit den mal das ganze gelesen von den Büchern aber da muss das eben getrennt sein da muss dieser Kontakt da sein wo ich sage die Geistesfunk meine 100 Geistesfunk und ein Geistesfunk ist ich ob dir das passt oder nicht ich verrate ein Geheimnis ich bin du ich bin das was du für einen Moment sein wirst wenn du das Buch am Schluss zuklappst ich hab dein Buch schon gelesen weil ich der Vorbücher egal bin nicht der der noch in einem Buch drin steckt und das ist alles extrem rade pech es ist wie in der in der ich glaube in dem Wortmann Prophezeiung ist es wo dann die außersinnlichen Phänomene sind und dann erfahren sie einen der hier das untersucht weiß nicht ob das der Film war und dann gehen sie zu dem Forscher hier ob das außerirdische sind oder sonst was und der bringt dann eine schöne Erklärung was mein Ameisen Beispiel ist du kennst mein Ameisen Beispiel dass wenn sich du wenn du dich jetzt in einen Ameisen Hafen rein inkarnierst das heißt du bist immer noch geistig intellektuell der Amaretto du kriegst einen Ameisen Körb du gehst in den Ameisen Bau rein dann bist du in diesem Ameisen Bau in dem Moment der dümmste weil dein ganzes Wissen dir nichts nützt weil du dieses Wissen von dieser Welt nicht hast es ist aber mit deinem Intellekt kein Problem diese primitiven Strukturen sofort zu analysieren aber wie weit du kannst nur mit denen kommunizieren auf dieser Ebene was erzählst du den Ameisen jetzt was du alles weißt wenn du nur Ameisensprache sprechen kannst du kannst nichts erzählen das ist das was du zurzeit macht in deinem Traum was wir machen selbst jetzt dein verstehen das du versuchst auszudrücken gegenüber irgendwelchen anderen Bröseln ist so radebrechend ich sage immer es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachung genauer kann ich nur werden wenn dir Hintergrundwissen fällt aber jetzt kommt ein neues Problem Amaretto pass auf wenn ich jetzt sage und das ist auch was ich immer wieder erwähne ich sage ich zeige dir in einem normalen Physikbuch auf jeder Seite solche eklatante Fehler jetzt meine ich im normalen Sinn wirklich Widersprüche was geistlos ist und das kann ich jeden 16-jährigen intellektuellen Stand eines 13-Jährigen sogar darauf hinweisen wenn er den Gedanken mitgeht dass das so gar nicht sein kann das Deichen Welt Phänomen zum Beispiel wo jeder schluckt die schlucken ja alles mit dem ein Computer schluckt alles was du ein programmierst der wehrt sich nicht er wehrt sich erst wenn er schon was drin hat und du willst was reinschlucken das seiner Logik widerspricht dann wehrt sich so lange er noch nichts drin hat nimmt alles auf wenn ihr nicht wider werdet wie die kinder das ist das Beispiel sobald wissen in dir drin ist ab 18 19 gehen auf die Barrikaden schau dein eigenes Leben an und die alten haben sowieso keine Ahnung die alten sind sowieso blöd das wissen sogar 16-jährige die in die Disco wollen und rauchen wollen und die Eltern sagen oder du Arsch wollen oder was auch immer und spießige Eltern sagen du brauchst das nicht die haben doch keine Ahnung was wichtig ist jetzt ist es umgekehrt dass unser jetziges Wissen der Witzensstand der Menschheit die mir uns jetzt ausdenken die mir der Menschheit zusprechen ist das jüngste Wissen das modernste Wissen jung ist dumm und wir maßen uns wieder an die Paracelsus und die Alten unserer Geschichte die natürlich nur Gedanken sind mit Holopheling dass die keine Ahnung haben mein altes Paracelsus Beispiel wenn er sagt ein Mensch entsteht nicht indem der Mann seinen Liquid Vidae seinen Samen in die Matrix der Frau spritzt dieser Liquid Vidae der reinigt die Nieren so wie der Rotz das Gehirn reinigt mit menschlicher Verpflanzung hat es nichts zu tun wenn dieser Paracelsus weiterhin sagt dieses Siderische die Sterne dreht sich nicht um euch herum es ist in wenn nicht in euch als großer Astrologe das ist da merkst du schon die ganzen Astrologen jetzt die in den materiellen Weltvorstellungen sind die haben von den Worten dieses alten Meisters überhaupt nichts verstanden du hast wieder Respekt kriegen von den alten die du dir selber ausdenkst die du selber bist wo nur noch das Wissen tief in dir drin ist als Weisheit Pakete als Check wie ich das sage die du immer wieder reaktivieren kannst was du magst wenn du dich jetzt interessierst was hat eigentlich dieser Platon in den Gradulos Dialog gesagt über die Sprache das ist so weit weg von Wittgenstein die Welt Wittgenstein Tractatus Logikus beginnt mit die Welt ist das was der Fall ist jetzt ist Welt mit Holo Feeling ist das Brand der polare Rand den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst und was ist die Radix von Fall jetzt geh mir wieder in DWDS und schauen das mal nach was ist das ursprüngliche für Fall und du wirst jetzt nicht wundern das ist das lateinische Wort Faller das wird natürlich nicht erwähnt lassen es einfach weg was meinst du was die 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 Wurzel von dem Wort Fall ist Faller lateinisch was heißt das Betrug Deutschung da kommt das Wort falsch her Wittgenstein beginnt seine großen Untersuchungen im Traktat Oslogius die Welt ist alles was der Fall ist sag ich recht hat er aber es versteht ist eine andere Frage die Welt ist alles was Betrug ist das ist das was du glaubst das ist da außen das ohne dich gar nicht geben würde die Ansache ist übrigens hundertprozentig sicher das ist das verrückte jeder 13 jährige kann wenn er den Gedanken gingen des ersten folgt die Frage ob meine wesentlichen Aussagen stimmen oder nicht stimmen es ist das was ist wenn du an was nicht denkst existiert es nicht und wenn du denkst es in einem jetzt gedachten Kopf der auch nicht existiert wenn du nicht an den Kopf denkst weil wir einen roten Kopf haben das ist das neue holophil und es ist sofort überprüft weil es ist keine Frage ob man das glauben muss oder nicht du müsst nicht einmal glauben ob das in dem roten Kopf ist weil du plötzlich feststellst der rote Kopf ist ja auch was ausgedacht ist dann haben wir existiernden roten Kopf dann sag ich wenn ich von rot einen roten Kopf wenn ich sag darfst du dir keinen Kopf vorstellen es ist einfach ein Chat das Buch ist ein Chat die Seite ist auch ein Chat die Zeile ist auch ein Chat jetzt merkst du schon konzentrieren uns rein und die vorstellt immer plastischer plastisch gebind mit BLA das heißt Wunder es ist nicht nur alles was du zu sehen bekommst ein Wunder und dann kriegt mein tiefes Erstaunen dass es jetzt diese Hans Geschichte zurück zu kommen das erste Heurika ist verdammt wenn du erkennst wieso will ich nur eins glauben und das andere nicht haben verwerfen oder sogar bekämpfen wenn ich doch alles glauben wenn ich alles haben kann dass ich eigentlich schon besitze eins bin was ist mehr absolut eins mit etwas zu sein oder was zu besitzen wenn ein Besitz auftaucht müssen es schon zwei sein das was besessen wird und der der es besitzt aber sind es nicht zwei Facetten von dem der sich jetzt das ausdenken diese Gedanken weil ist es so schwer zu verstehen wenn ich sage ein Besitzer ist was anderes wie das was besessen wird wie kann ich dann sagen ich bin Geist ich bin Geist ist gut aber ist nicht dieser Geist der ich jetzt bin schon wieder was ausgedacht ist ich habe Bewusstsein ich habe einen Körper sind es nicht Sachen die ich besitze ich bin Körper wie klingt das ich bin Körper ich bin Gehirn nein ich bin Geist ich bin Bewusstsein aber wie ist das wenn dann mit einer sagt der hat ja so viel Geist der hat ja so viel Bewusstsein muss auch die Mediadek läuft zur Zeit der Film über Bewusstsein der höchste Stand der Bewusstseinsforschung die ersten zwei drei Minuten sind total super der geht los der Professor steht am Strand läuft durch den Sand dann siehst du die Wellen dann erklärt er wieder so klassisch wie immer was Bewusstsein und jetzt kommt und jetzt in dem Film erklärt der neueste Stand der wissenschaftlichen Bewusstseinsforschung die haben jetzt fast rausbekommen wie das Gehirnschaft Bewusstsein so geht es darum heißt der irgendwas mit Intelligenz die menschliche Intelligenz oder so ich weiß ich habe es warte mal einen kleinen Moment ich habe es abgespeichert ich glaube als Vorschlag habe ich es gesehen nein das ist glaube ich Bewusstsein das ist Bewusstsein also Moment 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 ich habe nämlich weil der läuft ich habe nachgeschaut weil ich mir gedacht hab Menschen den Anfang müssten wir fast im Leinfeld Vortrag laufen lassen als Udo das Rätsel unseres Bewusstseins aber kein Problem du kriegst das von mir jetzt sofort auf der Stelle und der die im ADE auf der Mediathek steht jetzt raumseiliger schnittstack ist das nur bis 7.5. noch abgespeichert aber die haben das auch auf einem ADE Kanal auf YouTube Da hast den schon drin . kannst du mal reinschauen mal schauen ob du mehr wie 5 Minuten schaffst an dem Film So Kleine jetzt müssen wir Schluss machen Ja ich danke dir Ich habe mir gefreut dass du mich mal raus materialisiert hast als Pixelmännchen Ja das erste Mal jetzt Es hat alles seine Zeit Es ist gut so besser wie andere Heususen Ja ich sage Ja Ich glaube ein Udo Attrappe auf dem Computer manifestieren um sich auszuheulen mit permanenten Fragen die ich tausende Male beantwortet Ja Ich muss ja am Ende selber lösen das ist ja eh klar Ich sage immer wieder wenn ein Lehrer seinen Schüler hilft eine Textaufgabe zu lösen und er kriegt das nicht hin dann werde ich dir natürlich die Lösung sagen Aber diese jetzt gelöste Textaufgabe da die nicht von dir gelöst wurde lege ich dir die eigentliche Aufgabe wo du zeigen musst dass du die lösen kannst in einer anderen Form von Textaufgabe immer wieder vor Ja So funktioniert es Lösen wird sie der Udo nicht Nein ich kann es dir lösen aber dann gilt es ja bei dir es geht nicht um Intellekt so betone ich immer wieder Leuten mit dem Wörter aufwächern es ist extrem hilfreich die Gewissheit dass man auf dem richtigen Weg ist zu sich selbst alle Wege führt zu Gott heißt das wenn du gehst ist vollkommen gleich ob du die Brünne weggampft oder egal was du machst das ist auf dem Film du bist auf dem Weg alles was du dir ausdenkst ist immer wieder auf dem Weg zu dir selbst zurück spätestens wenn du was Neues denkst ist das alte zurück gekehrt es ist dieses klassische Tränen die Gedanken so schöne einfache Metaphern so kindgerechte Metaphern für Gottes Kinder die übrigens auch Menschen Kinder wesentlich einfacher verstehen weil die eben diese Filter nicht drin haben wo ich immer wieder sag unmöglich das gibt es nicht das läuft dir unbewusst ab dieses der zweite dieses intellektuelle Erstprogramme so unendlich mächtig solange sich das Laufen dazwischen schiebt und du nicht richtig zuhören kannst weil Laufen unbewusste Interpretationen im Hintergrund sind das ist unmöglich das gibt es ja nicht das festhalten weil dann irgendwas existierenden das sind übrigens die Samariter in der Bibel Samar mit Schimpf links punktieren mit Sinf geschrieben also praktisch 300 40 200 wenn du nachschaust da kommt das Wort Samariter her die barbherzige Samariterin sind ja nur physikalische Formen am Ende das heißt bewachen bewahren ich nenne mal lieber das Wort konservieren was ist wenn du eine Konserve hast eine Film konserve da scheint Leben drin zu sein ist aber vollkommen tot und sterile ist jede Datei die du hast ist in einem gewissen jede USB-Stick wo ein Film drauf ist ist eine Konserve aus der entspringt Lebendigkeit auf dem Bildschirm aber diese Lebendigkeit kannst du nicht bewahren und bewachen sondern bloß die Konserve verstehst du was ich dir sagen will ja jetzt ist ehrlich das Konserve ist das Servi kommt von Service und so weiter und so weiter aber das ist das Schöne das ist ein Spiel wenn es auf dem Film ist ist es gut wenn du das auf dem Film nicht hast hast du was anderes zu lernen aber du merkst jetzt ja bei dir schon die ersten Ansätze wo dich das interessiert hat wie weit ich das mir fällt jetzt rein zu ich meine unsere Ludolz sein innerhalb der Geschichte wenn du dich jetzt schlau magst wie sich das verändert hat die ersten Ludolz wie sie hier berühmt sind die Buben und jetzt das ja so auseinandergegangen ist zerstritten wenn die Kinder nachkommen wie die zerstritten sind durch die Kinder oh jetzt ist der Ton weg ich glaube meine Soundcard ist gerade abgestürzt ich kann nur rätseln was du gerade sprichst nee nee das licht an meiner Soundcard da out an hat 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 das hat 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 hat